Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ha, ha, ha. Und hier geht es nun auch postwendend weiter mit der inzwischen siebten Folge der vorletzten der ersten Staffel, die passenderweise einfach nur das Auge benannt wird und wir haben unsere Argus-Augen draufgeworfen. Wer sind wir? Zum einen natürlich mein Mittelerde-Buddy-Forever, der Lasse. Hallo. Oh Gott, diese Euphorie. Und ja, ich natürlich, der Dom. Ich werde euch hier weiterhin durchführen und will mich an dieser Stelle auch schon mal wirklich bedanken, insbesondere bei der letzten Folge, für die wirklich sehr große Resonanz. Wir haben ja auch einige Kommentare bekommen, die wollen wir jetzt hier allerdings nicht vorlesen. Das sparen wir uns eventuell fürs Staffel-Recap. Aber an der Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön dafür, dass es euch da draußen anscheinend wirklich Spaß macht, uns über zwei Stunden darüber reden zu hören. Ist auch was, ne? Das ist wirklich sehr nett von euch. Ja, ich hab's also, äh, selbst meine Mutter hört unseren Podcast und, äh, die ist keine Podcast-Hörerin und die hört wirklich lückenlos sowohl unsere Recaps zu House of the Dragon als auch eben Rings of Power. Also, wie gesagt, die ist das nicht gewohnt und die war am Anfang so, äh, zwei Stunden, ne, zu einer Folge, die eigentlich nur eine Stunde geht. Aber die meinte, es ist wirklich kurzweilig und, äh, vor allem haben wir ja auch, äh, also sie meinte gerade, dass wir oft, äh, so gegensätzliche Betrachtungsweise und Meinung haben. Gerade das findet, sie belebt das Ganze ziemlich. Also, können wir mal als Lob verbuchen. Und mein, und mein Gefluche sprengelt Fabel rein. Ja, auf jeden Fall. Fuck. Äh, ex, ex, explicit haben wir hier noch nicht, aber ich glaub wir, ach fuck it, wir nutzen es einfach mal aus. So. Äh, ich hab das ja schon mehrfach, also. Genau, das, äh, geht dann ins Auge, mehr oder weniger. Hahaha. Ja, die siebte Folge erneut inszeniert von der, äh, für mich zumindest sehr interessanten Regisseurin Charlotte Brandström. Allerdings hab ich da auch schon eine schlechte Nachricht für dich, denn ich habe ein Interview mit ihr gelesen, was etwa einen Monat alt ist. Ich glaube, mit dem Rolling Stone, auch zusammen mit Benjamin Walker, der ja, äh, High King Gil-Galat spielt. Hm. Und da hieß es tatsächlich, dass sie nur zwei Folgen inszeniert hat. Ach so. Also, die letzte wird jemand anderes sein. Genau, was ich leider jetzt schon ein wenig bedauere, weil, äh, die Frau ist bislang in Sachen Inszenierung das Interessanteste auf dem Regiestuhl. Ja. Und das will schon was heißen, äh, ich mein, die ersten beiden Folgen waren immer von J.A. Bayona, ne? Ja, aber J.A. Bayona fand ich schon immer, ich finde, der ist ein guter Typ für Visuals. Ich glaube nicht, dass er wirklich der Meister ist in Sachen Schauspielführung und das ganze Zeug. Ja, das hat man, das hat man auch den ersten beiden Folgen durchaus angemerkt. Da hat's einfach halt geholfen, also, du hattest halt viele charismatische Darsteller. Aber ich, 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 ich sag das weniger im Zusammenhang mit Ranks of Power, sondern eher im Zusammenhang mit den Sachen, die ich sonst so von ihm gesehen hab. Kein Fan. Ja, 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 The Impossible fand ich ganz furchtbar. Wobei man, äh, du hattest ja schon gesagt, visuelle, also, ich mein, der Clou ist ja immer, bei einem Regisseur, der die ersten beiden Folgen inszeniert, der legt ja praktisch den ganzen Look und die Stilistik fest, ne? Ja, das, äh, das hast du ja schon bei sowas wie House of Cards gehabt, wo einmal David Fincher reinkam für ein, zwei Folgen am Anfang. Und, ja, nach fünf, sechs Jahren sah es halt immer noch aus wie eine David Fincher-Produktion. Ja, aber es ist halt überall, also, ich meine, das ist ja nicht nur der Regisseur, da haben die Showrunner-Wörtchen mitzureden, verschiedene Produzenten, Produzentinnen. Ja, ja. Und, ähm, im Fall von Game of Thrones ist es halt ganz genau so, wo du dann, ähm, relativ schnell den Grundstein natürlich gelegt hattest. Aber natürlich, die einigen sich auf etwas. Das hast du bei quasi jeder Serie, die keine Sitcom ist, weil bei einer Sitcom brauchst du keine visuelle Handschrift in irgendeiner Form. Nee, nicht wirklich. Kommt drauf an. Also, ich meine, natürlich einigen sich auf ein gewisses Format, aber halt bei so etwas wie zum Beispiel bei einer Sitcom, wo es dann halt vor Live-Audiance, da kannst du nix machen. Nee. Da musst du einfach ein paar Kameras aufstellen. Und dann lebt's halt vor allem von Casting und dem Buch. Naja, gut, Stichwort Buch. Äh, da haben wir, äh, einen Rückkehrer, nämlich Jason Cahill. Der hat ja auch schon die dritte Folge zusammen mit Justin Doble geschrieben. Justin Doble hat dann, glaub ich, die vierte im Alleingang gehabt. Und jetzt, äh, ist Jason Cahill wieder zurück. Der hat, soweit ich weiß, auch schon für Stranger Things geschrieben. Also, es sind, äh, nicht irgendwelche dahergelaufenen Halodries, die diese Skripte hier verfasst haben, ne? Das muss man sagen. Ja, ich meine, ja klar. Da brauchst du halt irgendwie für so ein ambitioniertes Projekt brauchst du Leute, die, die schnallen gut, wie adaptieren wir das, wie pacen wir das und so weiter. Und, äh, und, äh, das ist eben halt als TV-Autor, da musst du sehr wandlungsfähig sein. Und, äh, hier arbeite ich, da dockt euch rum. Sie hatten ja auch, glaub ich, bei Folge vier oder fünf, ich weiß es nicht mehr, ich schmeiß das irgendwie durcheinander, äh, hatten sie auch Stephanie Folsom im Writer's Room. Das ist ja, die hat unter anderem an Toy Story 4 mitgeschrieben. Und bei Folge zwei hattest du Jennifer Hutchison, die bei Breaking Bad Sachen geschrieben hat und so weiter. Die auch, in meinen Augen, sollte die eigentlich alle Dialoge schreiben, die Frau. Ich glaub, sie kehrt noch mal wieder. Ich glaube, sie müsste noch irgendwo mal da sein. Ja, das wär toll, wenn sie das Finale geschrieben hat, also dann, äh, weil wirklich, die, die, also du hast auch einfach dieses Gefälle gemerkt zwischen der ersten und der zweiten Folge, was die Dialoge angeht. Mhm. Und einfach die, die Dynamik, ne, und obwohl's der selbe Regisseur war, hat es eine ganz andere Dynamik gehabt. Aber gut, das Finale haben wir ja nächste Woche vor, äh, vor der Brust. Jetzt erst mal so ein bisschen, ja, so das Aftermath, ne, hat, äh, diesen relativ unscheinbaren Titel, das Auge. Und ich muss sagen, ich kann ihn auch nicht so wirklich zuordnen. Also klar, natürlich die Eröffnungssequenz, aber das Auge, da erwartet man dann schon irgendwie vielleicht so was, also man, man darf nicht vergessen, die Orks in Mordor, äh, auch in, in den Jackson-Filmen, die haben ja nie den Namen Sauron wirklich ausgesprochen. Die haben immer vom großen Auge gesprochen. Ja, aber da in dem Fall war's dann halt tatsächlich irgendwann das große Auge. Und hier spielen Augen ne Rolle, wo ich noch nicht hinkommen möchte, aber das ist nicht damit gemein. Ja. Ähm, ich glaube, das soll einfach nur die Bedrohung und so weiter darstellen. Auf jeden Fall, äh, spielt hier am Anfang auch schon ein Auge ne Rolle und ein Auge, was wir auch schon länger kennen, nämlich Galadriels. Oh ja! Und damit springen wir rein, zuerst aufs Schwarzbild, dann Galadriels Auge, wie sie, äh, es sich öffnet und wir sehen, joa, hier ist halt ordentlich das Color Grading verändert worden. Denn es ist alles wirklich blutrot oder eher so orange auf jeden Fall. Sehr, äh, apokalyptisch wirkt das Ganze. Es ist alles von Asche bedeckt. Sie ist von Asche bedeckt. Alles wirklich in dieses Licht getaucht. Sie kommt langsam zu sich. Wir erinnern uns ja, sie wurde weggehauen, äh, von der Druckwelle, die ja der, äh, Ausbruch des Orodruinen verursacht hat. Und natürlich auch von der Lava, der Aschewolke und, ja, das muss man hier leider dann schon irgendwie echt schlucken, weil es ist wirklich völlig hanebüchen, dass sie das überlebt hat. Ja, ist das so. Ne, ich weiß ja nicht, wie, ich meine, sie waren ja extrem weit weg. Also der Berg ist ja wirklich sehr, sehr weit weg. Und, ähm, und ja klar, diese Aschewolke kam und so weiter und so fort. Ich weiß, ich meine halt, Leute heutzutage haben sowas auch überlebt. Und, ähm, das hier hat mich halt sehr erinnert an Gott, ja, so, so sah es direkt nach Pompeji aus. Ja. Ähm, und da, und da stand die Stadt direkt am Fuß des Vulkans. Ja, ich, also, ich weiß jetzt, für mich, also, sie hätte, sie hätte an dem Rauch ersticken müssen. Sie hätte, sie hätte eigentlich von den Gesteinsmassen, die da auch runterkeimen, hätte sie eigentlich völlig zerfetzt werden müssen. Da hilft dann auch die Rüstung nix mehr oder, was weiß ich, sie hätte, genau, zum Beispiel durch, durch die Hitze müsste die Rüstung eigentlich förmlich an ihr festgeschmolzen sein oder was auch immer. Also da, da gibt's etliche Möglichkeiten, dass sie das eigentlich nicht überlebt haben dürfte. Aber gut, man muss es irgendwie schlucken. Man muss ja auch sagen, wir kriegen ja auch wirklich tolle atmosphärische Bilder. Also das hat wirklich, das hat man ja schon in ein paar Trailern damals gesehen und auch in der, äh, Posterkampagne. Das ziert ja auch wahrscheinlich dann diesmal unser Coverbild. Äh, es ist schon, also für sich genommen ist das, ist das schon toll atmosphärisch. Und man muss sagen, sie feiern hier wirklich so eine kleine, ja wirklich Postapokalypse ab, was das angeht, ne? Oder eigentlich, das, das, das ist förmlich so eine, ja, äh, mein Gott. Das ist ein extremer Tone-Shift. Ja, 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 obwohl Tone-Shift, findest du? Es ist in dem Sinne halt, ähm, jetzt ist es wieder so ein völlig neues Szenario, äh, in dem Sinne, wo man halt, sie zeigen halt wirklich, da läuft ein brennendes Pferd, dort, dort prümmt sich ein brennender Mann. Also es ist halt so, sie, sie, ähm, sie schwenken davon nicht weg, während sie da rumstolpert und wir hören Schreie im Hintergrund und all das. Also es ist schon angemessen verstörend für diese Art von Szenario. Ja, man, man hört raus, äh, ohne jetzt zu spoilern, dass du die, ähm, ja gut, du hast es halt noch nicht gesehen, aber es erinnert auch ein bisschen an, äh, das, was wir am Ende der, äh, von Game of Thrones sehen. Ah, okay. Ohne, ohne jetzt zu spoilern. Ja, da kann ich nur nix sagen zu. Das hast du ja noch vor dir, äh, alle anderen da draußen, ach komm, ey, also es ist drei Jahre her, also andere kann ich da jetzt eher nicht mehr mit spoilern. Wobei, da wurde damals sehr mit Stille gearbeitet, ich weiß nicht, ob hier Musik ist, ich meine, die Musik ist in dieser Serie ja eigentlich omnipräsent. Es ist sehr unterschwellig, äh, wenn überhaupt, so ein leichtes, so ein leichtes Rumpeln hier und da, ich glaube, man hört so ein leises Statement von ihrem Thema, super sicher bin ich mir nicht, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass etwas später in der Szene ein bisschen mehr Musik ist. Wovon ich sehr, äh, positiv überrascht war, war dann halt, äh, nicht, dass Theo auftaucht, obwohl, hey, okay, gut, dass sie überlebt hat, aber in dem Sinne, weil sie hört seine Stimme und er ruft nach seiner Mutter und er ist panisch und sie sagt, und sie ist sehr sanft zu ihm, sehr einfühlsam. Warum auch immer plötzlich, ja. Ja, aber das ist eben, also, von wegen halt so, sie, 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 sie nimmt ihm bei den Schultern und sagt, komm hier, bleib bei mir, wir, wir, wir gehen hier hin und so und, äh, bringen sich erstmal in Sicherheit. Ich frag mich halt, wo das herkommt, also das, das ist jetzt seit der sechsten Folge, keine Ahnung, vielleicht liegt's halt auch an, es kann ja an der Regie von, äh, Charlotte Brandström liegen, aber. Das ist, glaube ich, wirklich mit der Fall, weil, also, sobald dieser Wechsel war. Aber es sind ja auch die Dialoge. Einmal das, aber halt trotzdem, die Art und Weise, wie sie mit Leuten umgeht, ist so anders jetzt und halt, was ich auch sehr schön finde und ich meine, ja, sie ist jetzt in anderen Situationen und du hast auch schon in Folge 1 hast du sanftere Momente von ihr. Ähm, gehabt. Ja, aber wirklich nur ganz vereinzelt. Ich meine, das letzte Mal, wie sie hier wirklich vor dem Feuersturm gesehen haben, ist sie, und ich muss sagen, das ist mir im Nachhinein auch wirklich nochmal richtig sauer aufgestoßen. Also, so toll diese Dialogszene mit Ada war, sie benimmt sich da wirklich schon out of character und hat wirklich schon, ich sag's ganz ehrlich, also, die gibt da Sachen von sich, das, das geht schon ins Faschistoide. Also, von wegen, die Orks haben kein Recht zu existieren und sie will die ausrotten und dann Ada töten. Ja, aber es ist ja gerade der Punkt, dass sie halt, dass es ja gerade ihr Status ist und dass dann sie davon wegkommt in irgendeiner Form. Und ich glaube halt, dieses traumatische Erlebnis jetzt hat sie, glaube ich, so ein bisschen gehambelt, glaube ich. Ja, aber dann macht es wiederum auch keinen Sinn, dass sie da jetzt mit einem traumatischen Erlebnis irgendwie mit sich hadert oder was, weil, wie gesagt, so hat sie sich auch schon benommen auf dem Schiff mit Isildur. Das macht dahin eigentlich nicht wirklich Sinn, dass sie, also nicht nur, dass sie sich wirklich schon wie eine Faschistin aufführt, sondern auch, dass sie, also wirklich, das ist der größte Frevel überhaupt für die Noldor, für die Eldar, für, in Hinblick auch auf die Vala, dass sie Folter als probates Mittel anerkennt. Also, das ist mir im Nachhinein auch nochmal bewusst geworden. Nicht mal die Elben vom Düsterwald haben, als sie Gollum in Gewahrsam hatten, nicht mal den haben sie gefoltert. Vielleicht war es ein Bluff von ihr. Ah. Also, das könnte ich mir gut vorstellen. Weil ich meine, sie hat es ja nicht getan letztendlich. Sie hat es ihm angedroht und ich meine, er kennt sie nicht. Ah, es reicht aber schon, also, wie sie auch mit dem redet. Das, also, das war für mich out of character. Aber gut, wir halten uns jetzt nicht zu lange auf. Ich muss sagen, dass Theo jetzt noch lebt. Ja, ist mir halt so ein bisschen, der ist halt irgendwie ein Arschlochkind. Ich, ich weiß es nicht. Nicht direkt Arschloch, also nicht direkt Arschlochkind. Also, jetzt hier ist es ja definitiv wieder ein bisschen anders mit ihm. Ja, aber warum auch immer. Also, er stellt da sich, wer weiß wie, gegen seine Mutter und dann wieder doch nicht. Das ist irgendwie alles nicht, nicht konsistent geschrieben, was das angeht. Aber gut, sie nimmt den halt unter die Fittiche. Man hat ja auch gesehen, dass er irgendwie auch so ein bisschen, ja, nee, nicht ein Auge auf sie geworfen hat, aber er hat auf jeden Fall noch nie sowas wie sie gesehen da in der Schlacht, in der sechsten Folge, ne. Wen Galadri vor allem nicht findet und nachdem sie mehrere Male ruft, sind sowohl Heilbrand als auch Elendil, ne. Und, äh, aber sie geht dann mit Theo zusammen durch die Trümmer da und ja, man muss sagen, also, was das angeht, da feiern sie schon wirklich ordentlich Tod und Zerstörung ab. Also, da ist wirklich ein brennender Mann, da sind überall Leichen, da ist, äh, die, die, diese ganze Arschloch und ich muss sagen, die Atmosphäre für sich genommen, die ist schon echt Wahnsinn hier. Ja, also, das ist schon toll. Das muss man sagen, für sich betrachtet, ja. Man sieht, ähm, man sieht die Königin, also sie hat's auch geschafft und, ähm, äh, sie, ähm, und ich, ich, Siegeldua versucht gerade, ähm, ach, wer weiß. Valandil. Valandil, genau, unter dem, unter dem Gebäude, ähm, hervorzuziehen und, äh, sie, sie, sie legt mit Hand an, sie hilft ihm und da sehen wir, dass, äh, äh, Otamo? Oh, ach, ich, die, die Namen sind so schwierig. Valandil, können sie retten, ja, da merkst du, wie gesichtslos sie sind. Nee, nee, es ist nicht, nicht gesichtslos, ich meine einfach, ich bin einfach scheiße mit Namen, ich bin auch halt einfach super scheiße mit Namen. Ja, aber es sind, also, zum einen sind es halt komplizierte Namen, zum anderen sind's aber auch halt irgendwie wirklich kennengelernt haben wir die nicht und, ja, gut, jetzt hier auch dann in der Situation erkennt man die auch nicht so. Also, ich hab zum Beispiel, ich hab ja die Folge zweimal gesehen und ich hab Isildo beim ersten Mal nicht so wirklich erkannt. Okay. Ähm, auf jeden Fall finde ich das toll, dass hier gezeigt wird, dass Miriel, äh, eine ist, äh, die nicht davor zurückschreckt, sich die Hände schmutzig zu machen. Ich meine, die packt da wirklich bei einem 0815-Soldaten, die, die irgendwie unterm eingestürzten Dach liegen oder was auch immer und zögert die wirklich nicht mit anzupacken und, äh, Valandil dann zu retten, aber unter Mo ist bereits tot. Ja, das war ich, ach Mann, der, ach ja, der arme Kerl, weil, weil, tut mir leid, ich bin halt einfach die, eine sehr empathische Person und der Typ, weil, der hat es einfach am wenigsten verdient von allen, weil er so, von, von, von den dreien einfach so, der wie, am ehesten so wie der grüne Junge wirkt, der einfach so der, so, so ein bisschen der, der, der Pippin-Verschnitt der Gruppe fast schon. Äh, ich hab mich so ein bisschen an ihn erinnert gefühlt da. Ja, aber dafür hatte er zu wenig Persönlichkeit, also. Für mich hat er jedenfalls genug Screentime, dass er mir jetzt leid tut. Er ist halt, er ist, also er ist nicht so ganz das Äquivalent zu, äh, das weiß ich noch hier in Obi-Wan Kenobi wurde da irgendwie groß, der, äh, nach einer Actionszene, weil da irgendein so ein Rebell abgeschossen wurde, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber das war dann eine Woche lang den riesen Running Gag, Oh mein Gott, warum gerade er? Er hatte ganze zwei Sätze und hat gesagt, jetzt komm schon, wir müssen weg, und er ist so eine Kacke, also der saß halt in einem, in einem X-Wing oder was und, ach Gott. Er hatte nur noch zwei Tage bis zur Pensionierung. Ja, genau, genau, ja, ja, er wird nie wieder Geige spielen können. Isildo und Valandie sind auf jeden Fall erschüttert davon, das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, mir ist es halt irgendwie, also es ist nicht so, dass mir egal ist, es ist irgendwie, das, die, die, diese Figuren geben mir halt nix, aber gut. Sie brauchen halt ernsthafte Casualties und er war das, was sie dann. Ja, ja, aber es spricht auch schon, äh, Bände, dass er so die einzige Figur ist, die ein Gesicht hat, die hier wirklich draufgegangen ist, aber gut. Jedenfalls, äh, schaffen sie es dann noch eine, eine Scheune irgendwie freizulegen, auch mithilfe von Miriel und retten dann noch ein paar Südländer, bevor dann das Dach einstürzt. Allerdings, äh, schafft Isildo es dann nicht mehr raus und wird darunter begraben. Oh mein Gott, er könnte tot sein. Jetzt mal ehrlich, hast du das im Moment geglaubt? Nein, natürlich nicht, aber bei mir ist eben auch ja das Ding, ich meine, ich weiß ja, wie das weitergeht. Aber halt andere, die halt, aber jetzt überleg mal, wenn vielleicht, ähm, weiß nicht, Leute, die, deren erste Berührungspunkt dieser Serie ist, und das ist ja der Fall, also ich hab's selbst gesehen. Keine Ahnung, dann ist es natürlich ein bisschen spannend für die. Ach, als ob sie sich trauen, dass die, die, also sorry, aber in Sachen Charaktertoden ist das hier wirklich schon, also die trauen sich hier wirklich überhaupt nichts. Die haben alle Plot-Armer bis zum Umfallen in dieser Folge und, äh, was sich dann also so, so, äh, explizit und, und harsch das hier auch wieder inszeniert ist. Ich meine dann auch später in dem Lager, da kommen wir ja noch zu. Du, du merkst halt wirklich, die, die bekannten Figuren sind alle nahezu komplett unversehrt geblieben, warum auch immer, und stattdessen sind die ganzen armen Statisten und Komparsen reihenweise abgeschlachtet worden und werden auch noch so zur Schau gestellt. Aber das ist doch bei jedem Film und jeder Serie so quasi. Ja, es ist ja aber wirklich, also, dass hier wirklich kein einziger über die Wuppa gegangen ist. Ich kann dem das, ich meine halt, eine Sprechrolle ja schon, ähm, und, äh, außerdem halt eine andere ist auch nicht unversehrt geblieben, wie wir dann später noch sehen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das ist ein Vulkanausbruch. Das kann ich, das kann ich halt dieser Serie absolut nicht ankreiden, wenn ich das auch nicht bei anderen Sachen tue. Ja, bei anderen Sachen würde ich's genauso machen, aber hier ist es halt wirklich so. Das hat diesen dummen Effekt wie bei Age of Ultron, wo, wo Joss Whedon die ganze, die, den ganzen Film entlang, äh, bringt er uns Hawkeye näher. Und, äh, oh, ich hab Familie und, oh, ich möchte die Küche ausbauen und, oh, da kommt noch ein Flügel ans Haus, wo er die ganze Zeit telegrafiert, der Typ stirbt. Und dann stirbt der Typ, der jetzt auch erst in diesem Film vorgestellt wurde. Es ist so affig. Ja, gut, das, das weiß ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Es ist nicht grad mein... Es ist wirklich super, wenn du, guck noch mal Age of Ultron und es ist wirklich so albern, wie sehr Joss Whedon es darauf anlegt, dass wir denken, dass Hawkeye stirbt. Ich bin, ich bin, ich bin eh kein Hawkeye-Fan, also, ja gut, ich, ich war, man, man kann gern in das Recap vom Staffelfinale reinhören, da hab ich, äh, tatsächlich mitgemacht beim Hawkeye-Cast, aber, äh, nicht wegen Hawkeye-Sammes, so. Und mehr muss ich da jetzt nicht ausführen. Äh, du weißt wahrscheinlich wegen wem. Naja, ist egal. Ja, natürlich, wegen Kingpin. Wir, ja, auf jeden Fall Kingpin. Äh, wir wechseln rüber zu, äh, deinem Lieblings-Setting. Ja, aber das, 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 das war das, was mir, weil direkt vorher, wir sehen halt die Scheune anstürzen, wir sehen, dass die Königin verletzt wird irgendwie, also sie schreit auf, fällt nach hinten. Und dann dieser, dieser, das war mir ein bisschen clunky, dieser, dieser Szenenwechsel. Ja, total. Das ging mir ein bisschen zu plötzlich, weil, so sehe ich es, so sehe ich es mochte, oh ja, die, äh, die Haarfüße, weil wir haben sie halt seit Folge 5 nicht mehr gesehen, ich mag sie sehr gern, aber das fand ich zu abrupt. Ich, ich finde, sie hätten noch ein bisschen länger bleiben sollen bei, allgemein hätten, sollten sie ein bisschen länger immer hier und dort bleiben. Es ist, es ist, die Sprünge machen sich hier wieder bemerkbar. Ja, das wirkt sich auf die Tonalität auch einfach aus, ne? Das ist ein bisschen, ja, wir hätten es gern noch, wir, wir müssen es noch ein bisschen mehr sacken lassen. Das war ein bisschen ungeschickt. Wie auch immer, äh, wir sehen sie wandern und, ähm, singen, was heißt, ja, äh, was halt heißt, okay, sie hat es wohl halbwegs verkraftet, äh, dass sie dort was abgekriegt hat von dem Stranger. Ähm, auf jeden Fall scheinen sie kurz vorm, er ist ja noch bei ihnen, er zieht den Wagen. Irgendwo, wo, wo hat sie was abgekriegt von dem Stranger? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, er hat doch dieses Eisding gemacht und dann hat sie, würde sie von der Druckwelle, das, das war Nori. Ach nee, er ist, ach so, ja, ach so, ja, ich meinte, äh, ach so, ich dachte, Nori hätte auch gesungen. Nee, nee, Poppy singt die ganze Zeit, die Megan Richards, die scheint auch wirklich singen zu können, ne? Ja, auf jeden Fall scheint es halt Nori besser zu gehen. Und der Stranger ist immer noch bei ihnen, also sie haben wir nicht irgendwie verstoßen. Aber er ist auf jeden Fall, er hadert noch damit, oh, verdammt, ich hab ihr wehgetan. Aber sie sind auf jeden Fall anscheinend jetzt kurz vor dem Garten, wo sie dann eigentlich sein wollten. Und sie riechen etwas Brennen und da dachte ich schon, nein, was ist jetzt los? Und damit hatte ich aber nicht ganz gerechnet, was da die Folge ist. Denn, ähm, sie gehen dorthin und es ist so ein sehr interessantes Setting, es ist so leicht hügelig. Es ist halt wirklich ein, im Prinzip ein Obstgarten mit so einer seltsamen Ruine in der Mitte von so einem Haus, äh, so eine Steinruine von einem Haus. Aber, ähm, quasi, quasi die ganze Garten wurde verwüstet und, äh, ich dachte erst, huch, wir hatten das in Brand gesteckt. Aber tatsächlich hat das niemand in Brand gesteckt. Was dort schwelt, sind, ähm, quasi die feurigen Geschosse des Orodrui. Ja, wow, sie haben es endlich mal, sie haben es endlich mal geschafft, irgendeine Handlung halbwegs mit der Hobbit-Handlung zu verknüpfen. Wow, ähm, also, ja, das, das hat ich halt nicht, äh, die wissen halt nicht, wo das herkommt. Aber hier sehen wir halt die Auswirkungen, die halt auch viel weiter draußen sind, die sind ja viel weiter nördlich. Ja, in den braunen Landen dürften die sein, oder was, ne? Ja, also, was sich da bemerkbar gemacht hat, der, äh, äh, Sedok, äh, sagt, dass es ... Ja, der erzählt irgendwas von seinem Großvater, ich frag mich, wie alt der wohl geworden ist, äh, der irgendwie von, von feurigen Bergen erzählte, die, die weit irgendwie im Süden liegen, und, äh, das ist dann eigentlich immer das Omen für großes Übel, ne? Und, äh, da wundert's mich fast, dass diese blöde Malwa nicht angetanzt kommt und sagt, ja, das haben wir alles nur dem Fremden zu verdanken, oder so, ne? Ja, ähm, auf jeden Fall, ähm, sammeln sie da, versuchen sie da eben zu retten, was irgendwie noch zu retten ist, und dann sagen sie, hey, der hat uns doch schon so viel geholfen, vielleicht kann er uns ja wieder helfen. Mhm. Ähm, wo dann Poppy eigentlich sagt, der hat doch schon so viel für uns getan. Ja. Lassen wir ihn mal in Ruhe, aber Sedok sagt, na, ich frag ihn. Und anscheinend ist er erfolgreich damit gewesen, weil, äh, der, der Mann dann wirklich versucht, also, er untersucht den Baum, er wirkt sehr schmerzerfüllt und besorgt und, äh, legt seine Hand darauf. Und da gibt's diese schöne Zeile, wo dann halt, oh ja, er benutzt quasi, er benutzt einfache Wörter, damit der Baum ihn versteht oder wie auch immer. Und dann, und dann die Alte dann so, was, Bäume können auch nicht reden. Und, 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 und Sado, ja. Ja, mal war, ne. Genau, und Sado gesagt, ein paar schon. Ein paar können reden. Und das war dann eine, eine nette Anspielung. Äh, ja, aber, äh, letztendlich schafft er's. Der spricht wieder ähnlich wie, äh, wie Radagast, ne? Ja, ja, er benutzt wieder solche seltsamen Worte, die man nicht so ganz ... Ich meine, ich hab auch immer was mit Yavanna rausgehört. Das könnte sein. Yavanna ist ja die, die Walie, äh, also, äh, die weibliche Form von Vala heißt tatsächlich Walie. Deshalb war's auch sogar hier falsch in, äh, äh, Episode 6, äh, Folge 6, nicht Episode, da denkt man immer an Star Wars. Äh, also, da, da war die Bezeichnung von Arondir tatsächlich falsch, weil er sprach dann ja davon, dass, dass die Vala Yavanna ist. Äh, die, die sie da irgendwie anrufen, indem sie da Samen einpflanzen. Und es heißt tatsächlich Walie, nicht Vala. Ach so, ach so. Und ich meine, ich hätte es rausgehört, tatsächlich. Okay, ja, das verbindet's dann ja auch so wieder, wo dann halt, ähm, oh, und, äh, wo kommt er her und so? Und von wem wurde der geschickt? Dass er halt dieses Wissen in sich hat, ähm, oder wurde überhaupt geschickt? Wie auch immer, letztendlich der Baum erzittert und, ähm ... Er wird immer lauter, ne? Immer, immer vordernder. Ja, das ist, ich glaube, es ist der, der kleine Bruder von Nori wird fast von einem, dann bricht ein Ast ab, er wird fast erschlagen, aber Nori schützt ihn. Sie sind da letztendlich nicht verletzt, aber alle sind sehr erschrocken. Ja. Und, ähm, misstrauen ihm natürlich. Ja, ein, ein vertrauter Anblick, dem wir jetzt auch schon ... Also, die Szene an sich ist, ist okay, aber, ach, ich hab so langsam den Eindruck, dass diese Szenen mit dem Stranger irgendwie immer nach demselben Strickmuster funktionieren. Also, das wirkt jetzt spätestens in Folge sieben wirklich schon repetitiver. Das ist halt wirklich immer dasselbe. Der macht halt irgendwas, dann freuen sie sich, dann baut er irgendwie scheiße oder übertreibt es und dann kriegen sie plötzlich alle wieder Angst und dann, dann ist wieder alles heiti-teiti. Also, das, das wiederholt sich unglaublich, finde ich. Na, ich meine ja, ein paar Mal ist es jetzt passieren. Genau, dann wechseln wir nach Katsadum. Genau, wo wir kurz den Spiegelsee sehen, ne, glaub ich. Oh ja. Jedenfalls scheint es mir so halbwegs, und wo Elrond, äh, jetzt, äh, zu Durin im Dritten gegangen ist und dort halt die ganze Sache, sie haben anscheinend jetzt die ganze Sache grad erklärt und dann halt, wenn ihr uns Zugang gebt zu den Minen von Mithril, dann erweisen sich die Elben natürlich auch als sehr dankbar. Mmh. Und ihr kriegt, äh, ganz viele Sachen für die nächsten fünf Jahrhunderte. Ja, irgendwie Wild, Getreide, Holz. Ja, genau. Äh, schwören die dann. Und da tatsächlich ein ganz nettes Detail, weil da stehen nämlich dann zwei Zwergenwachen im Hintergrund und tuscheln. Allerdings, äh, nicht, äh, in der Gemeinsprache, also in der, in der gemeinen Zunge von Mittelerde, sondern in Kusdul, also halt dieser, dieser, dieser Zwergensprache. Ja. Ja. Und die sagen dann irgendwie, hoa, das ist aber ein großzügiges Angebot. Also wenn er da sein Wort hält und Elrond dreht sich um und sagt, ich hab bisher immer noch mein Wort gehalten. Ja. Und dann ist Durin echt beeindruckt, dass er irgendwie die, die, die Stein- oder Felssprache, äh, kennt. Mmh. Mhm. Fragt sich aber zugleich, ja, warum man jetzt den Elben überhaupt wirklich vertrauen soll. Genau. Und und Elrond sagt, äh, könnt ihr nicht, aber ihr könnt mir vertrauen. Ich bin ein Halb-Elb und, äh, ich, ich sehe, ich sehe meine, meine Leute auf eine Art, wie sie sich selbst eben nicht sehen können. Das war schön. Ja. Das, das war ein schöner Dialog an der Stelle. Das, das muss man sagen. Und, äh, vor allem gibt er dann ja, äh, machen wir es kurz, äh, Durin soll sein Volk retten. Also halt die, die Elben. Und das, das muss ich sagen, das ist mir so aufgefallen innerhalb der Folge, auch wenn dann später Durin in Konflikt mit seinem Sohn ist. Und es ist halt immer die Rede davon, ja, der will halt seinen Freund retten. Aber vielleicht sollten die Durin dem Dritten einfach mal wirklich vor, die, 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 diese Tragweite vor Augen führen. Ich meine, das ist ja fast so ein bisschen wie mit, hier zum Beispiel, ähm, seit ein paar Jahren, also natürlich auch durch den Klimawandel etc. Es sterben ja mittlerweile Bienen aus. Ja. Und man muss sich klar machen, wenn Bienen einmal ausgestorben sind, dann sind sie ausgestorben. Ja? Ja. Es könnte immer eine Welt ohne Bienen geben. Und man sollte das Durin eigentlich mal so verklickern, wenn du jetzt nichts tust, dann stirbt diese komplette Spezies aus. Hat, glaube ich, ein bisschen mehr Schlagkraft, als zu sagen, ja, ich will meinem Freund helfen, der braucht den, 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 den Metall da. Also, das hätten sie besser anstellen sollen. Darauf gehen sie ja ein danach, wenn er, wenn er dann, wenn er dann, ja, aber viel zu spät. Und Durin sagt dann jedenfalls, nachdem er oder vor ihm niedergekniet, sagt er, ich rede jetzt meinem Sohn allein. Und dann, also, er hat auch das, Durin hat das, der Dritte, der König, der hat das Blatt in der Hand, welches da von Krankheit zersetzt ist. Und dann sagt er halt im Prinzip, ähm, wir, ich werde im Prinzip nicht zu deren Mittel, dass sie, dass sie, dass sie den Tod bescheißen können. Äh, hier ist relativ viel Lorzeugs dann auch. Er spricht dann nämlich hier wieder von dem Valar Aule, der ja so der Schmied unter den Valar ist. Man muss auch wissen, Sauron ist tatsächlich ein Schüler von Aule gewesen. Und Aule hat die Zwerge erschaffen. Das wurde ja schon in der zweiten Folge angedeutet. Und, äh, Durin der Dritte spricht dann davon, ja, Aule formte uns aus Feuer und Fels. Und während der Fels etwas ist, der, 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 der nach dem Ewigen und, und Bestand und, und, äh, danach hungert, eben, äh, äh, der, der Zeit ein Schnippchen zu schlagen, brennt das Feuer für die Wahrheit. Und die Wahrheit ist für Durin, ja, alles vergeht, alles wird so Asche. Und das Schicksal der Elben, das wurde eigentlich schon vor langem entschieden. Und wer sich dem widersetzt, dem könnte Untergang drohen. Also, ein Stück weit kann man's vielleicht auch nachvollziehen. Wer hat halt das Gefühl, dass er damit möglicherweise in das Urteil der Valar eingreift. Und man will halt nicht die Götter, äh, äh, verärgern, ne? Ja, weil er ja im Prinzip sagt, die Tage der Elben sind schon lange gezählt und so. Und es ist, es soll so sein. Ich muss sagen, auch noch mal, also, er hat zwar immer nur kleine Auftritte in der Serie, aber ich muss sagen, mir gefällt Peter Mullen richtig gut. Ja, er ist wirklich wunderbar hier. Ja, also, ich mein, wir haben ja schon oft gesagt, man kann ihn ja nicht so wirklich erkennen. Aber gerade in der Folge ist mir das aufgefallen. Also, der mag zwar ein grantiger, äh, rückständiger Arsch irgendwie sein. Äh, zugleich kann man ihn aber auch irgendwie nachvollziehen. Und der hat so eine, der hat so eine Traurigkeit in den Augen stehen irgendwie. Ja, ja, oh ja. Na? Fast schon wie der Stranger. Ja, das fällt dir ganz besonders auf, weil die Traurigkeit von Jörg, der viel gesehen hat, viel erlebt und, ähm, auch so ein bisschen in die, aber nur so einen kleinen Teil der Zukunft sieht. So eine sehr, so eine sehr enge Gasse im Prinzip. Und halt diese Gasse sieht er nur und nichts drumherum. Und die Starkköpfigkeit und Stuhheit der Zwerge, die kennt man ja schon aus dem Orbit, ne? Da gibt's ja die Szene, wo sie, wo sie da Elrond, äh, eben hier in Unexpected Journey, wo sie ihm nicht mal die Karte zeigen wollen. Und da sagt dann irgendwie ja Gandalf, ja, bewahr mich vor der Stuhheit der Zwerge, eure, euer Stolz wird nochmal euer Niedergang, ne? Ja. Das steckt hier irgendwo auch drin. Also, das haben sie gut getroffen. Ja, ja. Ja, fand ich, fand ich eine ganz gute Szene. Peter Mullen ist halt super besetzt und, äh, generell Durin auch. Also, der macht komplett dicht und dann haben wir die Überleitung zu Disa, die, äh, auf dem Amboss, äh, irgendwie eine Axt schlägt oder was und einfach richtig stinksauer ist. Ja. Schön, sie mal wieder zu sehen, ne? Ja, ja, genau. Ähm, ja, mit, äh, Schmiedeschürze und so weiter. Also, da ist sie tätig. Die sind auch in ihrem Haus dort, weil Elrond dann ja später dazukommt und, äh, ja, auf jeden Fall halt, ähm, redet, sie ist, sie ist richtig sauer auf den König und so weiter und, äh. Ja, aber sie hofft dann, sie, sie hofft dann, dass, also, sie, sie meint halt, dass man den anderen Zwergenfürsten beweisen müsse, dass man diese, oder, oder, nee, nee, genau, sie, sie, ähm. Die anderen Zwergenfürsten sind ja offen dafür. Also, sie schlägt vor, dass diese Mine, beziehungsweise die Ader, die ja der König hat verschließen lassen, wenn sie die wieder öffnen und dann den anderen Zwergenfürsten beweisen, dass, dass der Abbau von Mithril da, äh, sicher gewährleistet werden kann und dass da gefördert werden kann, dass die den dann umstimmen werden. Durin, der Vierter, also, der Sohn, der ist dann aber halt irgendwie am Zweifeln, weil er meint halt, ja, also, den Befehl dieser Ader geschlossen zu halten, das hat uns nicht irgendjemand gegeben, das hat uns der König gegeben. Was, 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 was bin ich für ein Vater für meine Kinder, wenn ich ihnen zeige, dass das Wort eines Königs anscheinend nichts wert ist? Das fand ich, fand ich sehr gut an der Stelle. Genau. Weil, da merkt man, der, der fängt schon an, sich irgendwie auch mit dieser Rolle zu identifizieren und überlegt natürlich auch, was das für eine Tragweite haben könnte. Also, der denkt nicht ganz so im, im Moment an der Stelle. Ja, genau. Und sie, und sie sagt dann, ja, schon, du hast, es tut mir leid, dass ich ihn nahe genannt habe oder dass er Läuse im Bart hat. Ich mag's ja auch nicht, wenn du deine Mutter hier ziehst. Das war schön. Das ist aber deine Mutter. Ja, davon. Nur ein Witz, nur ein Witz. So fantastisch. Die beiden sind so gut. Also, das war echt einer der, das Teile. Das war echt einer der größten Lacher bisher in der, in der Serie. Ich fand das ja schon so großartig hier mit, wo jetzt ihr irgendwie in der vierten Folge oder so sagt, ja, du könntest auch einer Wasserratte einen Pilz verkaufen oder sowas, ne? Ja. Das ist, also, man, man muss sagen, dass, das, das Casting sitzt hier wirklich. Die haben wirklich so eine schöne Chemie, die beiden. Das kann man nicht anders sagen. Und da ist, also, die ganzen Rassisten fickt euch wirklich, so. Und dann eben aber seine Chemie mit Elrond eben auch, was halt direkt im Anschluss das beweist, wenn Elrond kommt und er sagt, oh, ich seh schon, ich seh das Urteil, dann muss ich Gilgalat Bescheid geben. Und, ähm, die Stelle, wo er, wo er auf Wiedersehen, also wirklich, wo er dann sagt halt, na, Marie. Und, äh, da, Durins Reaktion. Also, ich hatte, ich, ich musste schwer schlucken. Ich hatte, ich Tränen in den Augen. Das ist, durchaus eine schöne Szene. Es ist vor allem dann auch, also, Elrond sagt ja dann, also, er sagt ja, Gilgalat wird ja eh nicht mehr lange hoher König sein, weil Lindon wird ja schwinden, ne? Bis zum Frühling müssten sie ja ihre Akkus aufladen. Und das geht ja jetzt nicht. Ja, ich bleib dabei. Ich hab's, wer weiß, Sin Must Frags Back hat's vielleicht sogar bei uns geklaut. Keine Ahnung. Da hab ich's jedenfalls auch schon gehört. Ja, aber ich stimme dir, ich stimme dir zu. Ich, ich find's halt nur, ich, ich lach halt nur, weil's so absurd ist. Ach, das ist, na ja, also, Gott sei Dank haben wir nicht so viel von diesem Plot hier. Deshalb hab ich auch ein bisschen Angst vor dem Staffelfinale. Aber Elrond sagt auf jeden Fall, dass Namadie, äh, nicht nur Liebewohl heißt in dem Sinne, wie, wie Durin, dass er es denkt, sondern es heißt, wende dich zum Guten. Na, ist auch nochmal irgendwo ein Appell. Aber er geht dann trotzdem. Durin gibt ihm dann noch dieses Stück mit, was er irgendwie schon die halbe Serie jetzt mit sich rumschleppt. Oder, 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 nee, Quatsch. Nee, ist, ist falsch. Elrond gibt ihm das, sonst funktioniert ja die Serie nicht. Genau. Elrond gibt ihm das Stück Mithril. Und Durin ist sehr aufgewühlt, sitzt dann, äh, beim, am, an, an seinem neuen Tisch dann wahrscheinlich. Weiß nicht, ob's der neue war. Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Und, äh, wäre ein schönes Detail gewesen. Aber wer weiß, vielleicht haben sie den noch nicht dahingeschafft. Das dauert ja ein paar Wochen. Äh, wobei, es ist ja nicht weit weg, ne? Egal. Obwohl, nee, im Moment, das war Lindon. Ja, 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 schon. Aber die, ja, ach, egal, die ganze Tischnummer, das war halt ein kleiner Gag. Äh, auf jeden Fall, Durin, äh, betrachtet dann das Eis und wirft es dann so über den Tisch. Und, äh, auf dem Tisch liegt aber auch dieses, äh, schöne Blatt aus Lindon, was ja völlig irgendwie von Fäulnis befallen ist. Und erst sieht es so aus, als wäre da nichts großartig und dann, äh, fängt das Mithril aber plötzlich an, auf dieses Blatt zu reagieren. Das bemerken dann sowohl Durin als auch Disa und sehen dann, dass dieses Blatt sich wirklich völlig erholt. Mhm. Also doch keine Propaganda, wie gedacht. Dann ist da wohl was Wahres dran. Und die, die, die Stelle ist aber gut, wenn dann halt, sie sehen sich beide an und dann Durin, äh, Ehron! Also, dass er dann, ach Gott, ja. Ja, 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 gut, also ich meine, das ist keine, nee, das, das wäre auch zu raffiniert gewesen, dass es irgendwie Propaganda ist. Das war einfach nur, also von wegen, dass, dass die Elben das, oder dass, dass diese Legende nicht, nicht anerkannt ist oder was. Das war eine Anspielung darauf, dass es halt eben so erwunden ist, ne? Ja, gut, ich meine, wir haben ja weitlich, äh, gesagt, wie wir zu dieser Handlung stehen. Die kommt ja hier nicht so unbedingt zum Tragen. Auf jeden Fall ruft er dann hinter dem her und, äh, man sieht dann ja später, wo das hinführt. Wir machen dann aber nochmal den Wechsel in die Südlande. Die Südlande, die jetzt, äh, passend zum Biotop auch, äh, ja, äh, rot sind immer noch. Der Schicksalsberg verteilt wirklich eine riesige Wolke über das ganze Gebiet. Und, äh, Orks streifen hier auch rum. Galadriel und Theo verstecken sich dann aber vor denen. und Galadriel versteht jetzt so langsam, ja, die Orks haben jetzt praktisch hier ihr Ziel erreicht, beziehungsweise Aada, sie haben dieses Land zu ihrer Heimat gemacht. Und während Theo dann aber noch Rache will, ist Galadriel so völlig, das Land ist tot und wir können nur noch gucken, dass wir hier die Beine in die Hand nehmen. Ja. Und, äh, vor allem merkt er dann, dass sie, dass sie wirklich bekümmert ist, weil sie fühlt sich schuldig daran. Mhm. Oh ja, 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 sie ist, sie ist sehr aufgewühlt und, äh, frustriert mit sich selbst. Eine der vielen, vielen Szenen, also gefühlt jede zweite Dialogszene zwischen zwei Personen in dieser Folge besteht daraus, dass sich irgendjemand für irgendwas schuldig fühlt und der andere, nein, es war doch nicht deine Schuld. Ja, da gibt's einiges. Ja. Da gibt's einiges. Ähm. Das nutzt sich irgendwie auch ab, ein bisschen. Danach sind wir beim Zug der Flüchtlinge, wo Elendil ist, er ist, äh, also er ist total auch niedergeschlagen, beobachtet alle und hält Ausschau, sieht das Pferd Bereg und denkt sich, oh, ist da, ist da Isildur? Aber nein, das ist ein anderer Soldat. Mhm. Dann kommt die Königin. Ja, ich muss sagen, das hab ich erst beim zweiten Mal gesehen, wie sie sich das, was dann jetzt hier zum Tragen kommt, zugezogen hat. Das hattest du ja gemeint, dass sie da irgendwie zurückfliegt oder was? Ja, genau. Und es fällt schon auf, dass sie einen relativ starren Blick an den Tag legt. Das ist mir halt, das ist so, weil das, das kommt erst später zum Tragen, wir wollen's ja noch nicht sagen, aber halt, ja, das ist sehr, weil es ist mir hier noch gar nicht aufgefallen. Nee. Ich dachte, oh ja, irgendwie einfach Schock und sie ist verletzt oder wie auch immer. Weil erst mal lag halt, liegt halt der Fokus auf, oh, was ist mit Isildur? Wo ist Isildur? Haben sie ihn da vielleicht noch rausholen können? Und nein, und halt, Elendil ist, oh, das ist, wo ist mein Sohn? Ja, ja, genau. Ja, er sieht echt total, ach du, fuck. Ja. Die hatten so einen schönen Bonding-Moment auch in Episode 6. Ja. Also richtig, du kaufst ihm halt Vater und Sohn ab. Die beiden funktionieren sehr gut miteinander. Das, das schon, aber ich muss sagen, dass sich Elendil so ein bisschen, also da, da passiert ja mit Isildur selber dann noch irgendwie mehr mit Elendil. Der ist halt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, eine One-Note, aber mit der Figur passiert eigentlich nix wirklich. Äh, und das, was mit Isildur passiert, find ich ja leider auch ziemlich gewöhnlich. Also, weiß ich nicht, der ganze Quatsch da auf Numenor und seine, seine Schwester, die wahrscheinlich erst in Staffel 3 oder was weiß ich, äh, relevant wird. Aber naja, auf jeden Fall bleibt Isildur verschwunden. Äh, stattdessen landen wir dann wieder bei, bei Theo und, äh, Galadriel, die jetzt durch die Gegend stromern. Es ist wohl irgendwie, ja, das ist, kommt halt ja auch schon zum Tragen, typisch Mordor. Man kann nicht wirklich feststellen, was hier Tag und was hier Nacht ist, ne? Genau, auf jeden Fall sind sie, weiß Galadriel, wo ungefähr, ähm, das Lager ist. Da gehen wir jetzt hin. Und da wird doch deine Mutter sein, bestimmt. Und Theo geht aber davon aus, dass eigentlich alle tot sind, ne? Also, Aaron, Dear, Bronwyn, alle tot. Genau. Aber Bronwyn ist ja immer seine Mutter. Ja, eben. Und wir haben sie auch noch gar nicht gesehen. Also, wir selber wissen gar nicht, ob sie gut geht oder nicht. Wobei ich mir jetzt schon die Frage stelle, woher Galadriel weiß, wo das Lager da ist. Ne, wieso? Weil sie ja von da her kommt, im Prinzip. Weil sie ja dort, von dort aus dann wahrscheinlich weitergeritten sind. Und, äh, sie kann sich ungefähr halt die Richtung natürlich dann halt, ja, wir sind von ungefähr von hier gekommen, da gehen wir jetzt hin. Aber sie waren doch, sie waren doch, als der Vulkan ausbrach, waren sie doch im Lager. Nein, nicht in dem Lager. Da waren sie doch im, äh, da waren sie ja. Ach ja, da waren sie im Dorf. Genau, die haben halt erstmal, die haben halt erstmal ein anderes Lager dort in Flussnähe gehabt. Und von da aus haben sie sich befestigt und sind weiter. Ja, gut, okay. Etwas, was wir halt noch nicht gesehen haben. Ja, ja. Auf jeden Fall sammeln sich dort dann wahrscheinlich die Überlebenden, äh, die ja geradezu unglaublich zahlreich sind. Allerdings mahnt dann Galadriel, dass sie darauf Acht geben sollen, weil die Orks können jetzt halt auch da, ja, keine Sonne mehr durchkommt, können die jetzt auch am Tage, äh, den auflauern und sie angreifen. Ja. Und dann erzählt sie so ein bisschen davon, ja, als ich so alt war wie du, gab es gar keine Orks. Und dann erzählt sie noch so, ja, ich hab viele getötet und er findet das total toll und sie auf einmal nicht mehr. Ja. Das heißt, sie wollte, äh, lass es mal so eine, ja gut, wie lange hat sie da jetzt im Staub gelegen, lass es mal einen halben Tag gewesen sein. Denn vorher hat sie sich noch geschworen, eben wie jeden Ork, den es gibt, zu töten und anschließend adergrauenvoll, äh, hinzurichten. Und jetzt will sie davon plötzlich nichts mehr wissen. Sie sagt nicht in dem Sinne von halt, äh, nicht, wir sollen, wir sollen das nicht feiern, sondern halt, ähm, das, das macht uns dann eben halt auch böse, wenn wir sagen, oh, das ist das Gute, was wir dann, was wir dann tun. Ja, das, das ist ja schön, dass sie diese Erkenntnis hat. Ich frag mich halt, woher die kommt. Es, es ist halt nichts passiert, was sie irgendwie in diese Richtung sich hätte entwickeln lassen können. Gut, vielleicht in dieser Folge, aber in der sechsten auf keinen Fall. Und wirklich, also wie sie von der, von der wirklich Proto-Faschistin zur, zur, äh, einfühlsamen weisen Tante jetzt plötzlich wird, das ist, das ist total seltsam. Tut mir leid. Das, das Morfet Clark, das dann jetzt so ein bisschen auffangen kann, das, äh, schreibe ich der Regie so, aber das Drehbuch ist da völlig merkwürdig. Ja, ein bisschen überhastet ja vielleicht, aber. Das, das, nein, das macht für mich keinen Sinn. Auf jeden Fall sehen wir dann, das, äh, das fand ich eine gute Szene, äh, die Numenora reiten durch den Wald und Miriel ist auf dem Pferd. Also hier, Beric, äh, hat ihr ja Isildur angeboten. Ja. Äh, nee, Quatsch, äh, Elendil. Und dann fällt Elendil aber irgendwie auf, uns dann natürlich auch als Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie anscheinend nicht sieht, denn die reitet irgendwie fast frontal in so einen herabhängenden Ast hinein, ne? Das einmal, genau, bewegt sich da gar nicht und dann halt, wie, wie, wie lange noch, bis wir da aus dem Rauchhaus sind und dann, genau, warten die beiden und dann, äh, und dann, und dann sie so, Moment, sind wir schon aus dem Rauchhaus? Ja, so ungefähr vor einer Stunde. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh, fuck. Das, das war, wo ich dachte, oh, nein. Ja, ja, das ist, vor allem ist das ja sogar etwas, wenn man sich dann erinnert, äh, wie ihr Vater, Tapanant, ihr sie verabschiedet hat. Oh, nein. Er hat ihr ja gesagt, in Mittelerde wartet nichts als Dunkelheit auf dich und nur Mordor, sondern ewige Dunkelheit, ne? Und dann, und dann, ja, und dann halt auch halt, äh, seht ihr denn, könnt ihr denn sehen? Ich, ich sehe nur grau. Und dann, oh, scheiße. Das ist echt heftig. Ja. Das ist eine heftige, eine heftige Szene und dann halt, jetzt, jetzt führt das Pferd weiter, niemand soll es sehen. Ja, sie, sie trägt es ja relativ mit Fassung. Aber vorher, ja, aber meine Güte, ey, das ist, äh. Und generell muss ich ja sagen, ich mag ja diese, äh, hier, Cynthia Day Robinson, äh, die gefällt mir wirklich schon länger, äh, gut in der Rolle. Sie hat ja zuletzt nicht mehr allzu viel zu tun, aber das hier, also das ist wirklich schon toll, wie die, äh, Blindheit mit komplett offenen Augen spielt, ne? Das ist, das ist nicht einfach so was, also das, und wie sie es hier rüberbringen, halt, dass sie fast in so einen, in so einen Baum reinreitet und dann, ne? Ja, Wahnsinn. Da überlassen sie den Zuschauer sogar mal ein bisschen. Ja, genau, weil, ähm, das, das ist etwas, was ich dem Ende dann ankreiden werde, aber dazu kommen wir noch, weil, lustig, lustig. Jetzt hatten wir in dieser Folge zwei Serien, die ich gerade gucke und in beiden war was mit Blindheit. Ja. Was, was guckst du denn noch momentan? Äh, außerdem She-Hulk und das war die Folge, wo Daredevil vorkommt. Ach so, okay, ja, Spoiler für She-Hulk, ja. Ja, es ist ja in dem Sinne kein, weil es ist ja, wurde ja erst mal angekündigt und ja, er ist da und es ist auch eine sehr gute Folge und er ist sehr gut drin. Das war meine erste Begegnung mit Daredevil sowieso, weil ich hab die Serie nicht geschaut und, abgesehen halt von seinem Cameo in einem anderen MCU-Film, das ich hier nicht nenne, für den Fall, dass ihn einige noch vielleicht noch nicht gesehen haben. Ach ja, ist ja fast, ja, ja. Ich glaube, den hat jeder auf der Welt gesehen, wenn man denkt, wie erfolgreich der war. Ja, zwei Milliarden Menschen mindestens, ja. Und ja. Naja, gut, wir kommen vom Thema ab. Also ich muss sagen, in solchen Szenen mag ich das. Miriel ist wirklich die einzige Figur, das kann man ja hier schon mal vorwegnehmen, es ist wirklich die einzige Figur, die eigentlich ein Opfer gebracht hat hier. Also sonst ist da ja eigentlich wirklich, also Ontamo ist halt, ja, what's his face und sorry, ansonsten ist ja hier wirklich gar nichts, ne? Aber besser wenig als gar nichts. Äh, wir springen dann aber nochmal, äh, zu, ähm, den Haarfüßen. Und zu Zadok, ich muss ja sagen, diesen Zadok, den finde ich als Figur noch am ehesten gelungen. Weil der wirklich so ne, äh, also das liegt natürlich auch an hier Sir Lenny Hendry, ne? Äh, äh, wo ich ja gar, also der, der ist ja sogar Sir tatsächlich, ne? Oh. Ist ja, ist ja auch kein Afroamerikaner, sondern ist tatsächlich ein Brite. Der wirkt irgendwie auch wie der einzige Schauspieler, der so wirklich mit, mit Spaß und Werf irgendwie in diese Rolle geht, hab ich den Eindruck. Ne, ich hab das Gefühl, andere haben auch Spaß, aber halt, das ist halt mit seiner Präsenz. Ja. Er wird tatsächlich auch jetzt in diesem, äh, Witcher-Spinoff ist er auch zu sehen. Ja, ich muss sagen, also ich, irgendwie mag ich den, der ist, äh, äh, also gut, ob man ihn jetzt hier gebraucht hätte, sei mal dahingestellt, aber, äh, das, das, was, äh, sie ihn hier machen lassen, äh, funktioniert gut. Vor allem, äh, ist er jetzt kein reiner Comic-Relief oder sowas, ne? Ja, er verbindet alles gut, er hat humorvolle Momente, er hat seine weisen Momente halt, das ist alles vereint er sehr gut. Ähm, aber es sagt auf jeden Fall, dem zeigt auf jeden Fall die Frippen, ja, da musst du ungefähr hingehen und da müsstest du ein großes Volk finden. Äh, ja, er spricht dir vor allem, äh, ist es dir aufgefallen, was er erwähnt? Weiß nicht genau. Äh, also sie sind da wohl ganz in der Nähe des großen Grünwalds, der ja dann später der Düsterwald, genannt wird. Oh. Und er spricht davon, dass er immer weiter, äh, irgendwie in eine Richtung gehen soll, zu einem großen Felskamm, was ja theoretisch eigentlich nur der Karok sein kann, also dieser, dieser, äh, Felsen, wo die, wo die Adler Bilbo und die, die, äh. Zwerge absetzen und wo halt die, 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 die Beolinger ja im Prinzip, äh, gelebt haben oder wo. Es ist halt die Frage, ob er ihn da hinschickt, zu den Beoningern, ne? Es könnte, es könnte doch ja sein, wenn er mal bedenkt hat, diese wirklich großen, weil das sind ja nochmal sehr viel größere Leute, äh, als normale Menschen. Ja. Und, ähm, würde auch passen, halt, dass da irgendwie, dass da die Vorfahren von denen, das ist ja auch ein sehr seltsames Volk. Das fände ich toll, wenn die nochmal auftauchten, weil man muss sagen, aus dem hat man ja wirklich im Hobbit eigentlich gar nichts gemacht. Na, ich meine, nicht, nicht direkt, nicht direkt halt gar nichts halt, ich meine, er hatte sein, 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 das ist ja auch im Buch, im Buch so halt, er hatte sein Plotding und das war's halt, im Buch geht sie noch ein bisschen. Ja, ja, ich, ich meine es auf beides bezogen tatsächlich, im Buch hat man aus der Idee des Shapeshifters auch nicht wirklich was gemacht. Ja, aber ich meine, es ist halt wirklich halt, er macht da, er macht da seine Plotdinger und dann ist er weg, halt, so ist da dieses Buch halt und der Film, da machen sie halt in der Excel-Intentischen, machen sie ein bisschen mehr draus, was ich schön fand. Ja, ich auch. Da gibt's eine voll lustige, da muss ich eine lustige Anekdote erzählen, geht auch ganz schnell, weil als wir die Kinofassung gesehen haben vom zweiten Hobbit, da waren ich und mein Bruder, also einer meiner Brüder, wir waren enttäuscht von Beons Design. Oh ja. Da ist er dann plötzlich, also er ist ja mitten der Zwerge, da sieht man ihn zum ersten Mal richtig, er gießt da Milch ein und so weiter, redet mit denen und da waren wir enttäuscht von seinem Design, so ein bisschen, halt vor allem, ah, nee, das ist irgendwie nicht ganz das. Und dann haben wir die Excel-Edition gesehen und da ist ja die Szene, wo er draußen Holz hakt und wir sehen ihn von hinten und wir sehen die Teilaufnahmen und irgendwann dreht er sich um und es gibt diesen Enthüllungsshot. Ja. Und da plötzlich, ey, das hat so viel besser funktioniert. Ja. Und da dachten wir, wenn das in der Kinofassung gewesen wäre, hätten wir kein Problem mit seinem Design gehabt. Ich war, ich war in der Kinofassung, ich war so enttäuscht von Beons, also der hatte wirklich, der hatte eine einzige Szene. Also das war wirklich, das war so enttäuschend und dabei hat man auch mit Michael Persbrand wirklich auch einen guten, äh, äh, skandinavischen Schauspieler eigentlich gehabt, ne, aber. Ja, der ist auch, der ist auch gut, wie gesagt, in der Extended Edition machen sie ein bisschen mehr draus und der ist auch echt, ist auch echt gut da drin und halt in, in der deutschen Fassung hilft auch David Nathan noch, das hat, das war ganz toll. Ja, obwohl er sehr ähnlich klingt wie, das klingt sehr ähnlich wie seine Batman, äh, Intonation, ne, aber. Naja, aber das ist halt, wenn er ist irgendwie tief grummelig, aber allein David Nathan, der berechtigt einfach. Also die, die Vermutung liegt nahe, dass es vielleicht Bär und Ninger sind, ich habe es jetzt nicht genauso, äh, im, im Gedächtnis, wann die aufgetreten sind, also Bär und ist ja, ist ja so einer der Letzten eigentlich von denen, ne, der, einer der Letzten seiner Art. Also Sardok gibt ihm ja die Sternkarte, aber warnt ihn dann auch vor, dass wirklich, also die, die, die Vorfahren der Haarfüße, die eben vor tausend Jahren in irgendeiner anderen Gegend gelebt haben im Umkreis, seitdem die gelebt haben, wurden diese Menschen nicht mehr dort gesehen. Mhm. Nee, 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 er meinte die Menschen, dass sie die nicht, das große Volk, dass sie die nicht mehr gesehen hätten. Da dachte ich mir auch so, ist das jetzt eigentlich nur so ein Dick-Move, um ihn loszuwerden? Nee, ich weiß nicht, ich hatte das sehr interpretiert, dass er die Sterne meinte, aber als dann der Fremde weggeht, dann sehen wir, dass da etwas Kleines blüht an dem Baum, den er berührt hat. Mhm. So ein bisschen wie mit dem weißen Baum in, äh, Gondor, ne? Genau. Ja. Und er schaut sich nochmal alles an, geht da zwischen den Haarfüßen lang, halt sagt so, also auf seine Art halt so stumm, auf Wiedersehen zu Noris Familie, da kommt auch Nori zu ihm und gibt ihm einen Apfel und da fand ich was interessant, denn da gibt's eine Einstellung, ein Close-Up, wo sie ihm den Apfel gibt und diese Einstellung sieht man auch im ersten Teaser schon, aber anders. Ja, ohne Apfel nämlich, ne? Ja. Ohne Apfel und dann nimmt sie seine, seine Finger, also halt einfach so, so nimmt sie so in, in ihre Hand und es ist, der Hintergrund ist super ähnlich, die Einstellung ist ähnlich und wo ich halt dachte, haben die vielleicht einfach was Alternatives gefilmt für den Teaser oder aber kommt es vielleicht später nochmal und dann anders? Könnte vielleicht in, äh, im Finale kommen, ne? Ja, wer weiß, mal schauen, mal schauen, also das fand ich aber sehr interessant. Das war die letzte Einstellung, die man gesehen hat im Teaser, in dem allerersten Teaser, der ja, ich glaub, im Februar kam, ja. Außerdem, Fun Fact, weil ich lese Bear McCreary's Blog, ähm, wo er über die Macherart von dem Score und so weiter berichtet und da redet er auch davon, dass er, was sie da marketingtechnisch gemacht haben und kannst du dich noch an den Trailer, an die Titelreveal erinnern, wo sie da dieses Ding aus Holz da gemacht haben und so? Und, ähm, da, was wir dort hören, das war das erste Mal, dass wir etwas von Bear McCreary's Musik gehört haben und was wir da gehört haben, war eine Variation des Stranger-Themas. Ach ja, gut, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Das war tatsächlich das und ich hab auch da, weil da war noch nicht, da stand noch nicht wirklich fest, wer die Musik macht. Nee, gar nicht. Das war so Gerücht, dass Bear McCreary war. Ja. Und da hab ich dann erkannt, das muss, das ist, das klingt nach Bear McCreary. Das klingt ein bisschen wie sein God of War-Zeug. Dann haben sie da aber auch tatsächlich, äh, Mist gebaut, weil ich kann mich nämlich erinnern, dass, äh, irgendjemand dann auf, äh, auf Amazon, glaub ich, irgendwie auf Twitter oder auf, nee, genau, auf Instagram, haben die irgendwie, äh, äh, da Leute halt, äh, aus dem Social-Media-Team von Amazon gefragt, ob das Howard Shaw war und die haben dann gesagt, dass das von Howard Shaw gewesen sei. Oh. Und dadurch haben sie das dann ins Rollen gebracht. Aber das war halt, genau, das war halt eine Version von seinem Stranger-Thema und, äh, weil er, das hat er auch bewusst gewählt, weil es, äh, so anders ist als das ganze andere Zeug. Und halt einfach in dem Sinne auch thematisch passt, weil, wer ist er, wo kommt er her, wir wissen nichts über ihn. Und da dachte er, das wäre am passendsten, genau, dass es eben das Mystische ist. Auf jeden Fall geht er weg, obwohl ich dachte, meine Güte, das ist halt echt so, das muss ich allgemein sagen, das ist eine verschissene Depri-Folge. Ja. Es ist halt eine Aftermath-Folge, ne? Ja, aber es ist halt echt, alle sind traurig in dieser Folge. Und es ist, und es passieren auch andere schlimme Sachen. Und es ist halt einfach, Mann, ey. Und ich meine, ja klar, man braucht Konflikt und Challenge und so. Aber das hat mir doch halt sehr, und es ist nicht so, dass es mir aktuell irgendwie jetzt schlecht geht oder was auch immer. Aber halt, weil die letzte Folge hatte solche Highs, weißt du, solche emotionalen Highs, wo, und ich verstehe schon, das ist vom Pacing her jetzt, stell dir mal vor, du guckst das vielleicht so, du bingst das. Ja. Dann ist das hier ein guter Kontrast, wo, okay, jetzt kommen wir ein bisschen zur Ruhe, obwohl es halt nach wie vor halt Drama und so ist. Aber es ist trotzdem, ach, es ist halt, alle sind traurig und das mag ich nicht. Ja, bei mir ist es halt so, ja gut, für mich war die Folge, was so gewisse Sachen angeht, leider irgendwie ein Schulterzucken. Ja. Aber da sieht man halt, wie das, wie das Unterschied, ja, also das kann ich auch noch mal in den Hinblick darauf sagen, dass ich vielleicht in der, in der Besprechung der sechsten Folge wie so ein absoluter Logikfetisch ist, drüber gekommen bin. Äh, das bin ich normalerweise gar nicht, wie man jetzt hier vielleicht dann auch merkt, aber bei mir ist es wirklich so, und schönen Gruß an den Kollegen Stu, der hat das auch mal bei sich so umschrieben. Und daran merkt man einfach auch selber, wenn man nicht emotional investiert ist und mitfiebert, dann fängt man an, über solche Sachen nachzudenken. Ja, du gängst mir auch mit anderen, mit anderen Filmen und Serien und so halt. Ja, ja. Das, äh, Red Letter Media, die haben das ganz, in ihrer Review zu Army of the Dead, da beschreiben die das ganz so, weil da fallen denen, da fallen denen Fehler auf und halt zum Beispiel die toten Pixel in dem Film. Mhm. Und, und so weiter, und da sagen sie halt auch, I wouldn't care about this if I were engaged by the story. Das sind dann wahrscheinlich die Leute, die, äh, sich dann irgendwie auf Twitter dann aufregen mit hier Copy and Paste Dorfbewohnern. Ja, aber das ist halt auch wirklich halt, das ist schon zwei Sekunden. Etwas muss ich aber anmerken, wenn wir jetzt mal vielleicht, äh, weil das ist etwas, was wir dann nicht angesprochen haben, was mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, weil ich, ich hab mir die Musik angehört und drüber nachgedacht, ey, Moment mal. Mhm. Und, äh, und weil ich hatte die Folge dann nochmal mit einer Freundin geschaut. Und zwar ist leider da ein gewisser Fauxpas, was Himmelsrichtung angeht in Folge 6. Mhm. Das ist mir dann aufgefallen, wo ich dachte, oh nein, shit. Weil wir, wir haben diese tolle Szene, wo die Nominorer angeritten kommen und hinter ihnen geht die Sonne auf. Das kann nicht angehen. Tja, Feintuning, ne? Ja, das ist halt, das ist halt, weil, ich mein, das ist eine tolle Einstellung und, äh, aber halt ist es, ist logistisch, logistisch ist es halt. Ja, über sowas denken sie, denken sie halt nicht nach, das ist es halt. Ja, aber ich mein halt, ich mein halt, klar, es kann, es kann passieren und man muss sich da nicht unbedingt groß Gedanken machen, das ist wirklich nur so die eine Einstellung, wo man das wirklich richtig sieht, aber, äh, ein bisschen schade. Wo man dachte, ach Mist. Ja, ich fand diesen ganzen Shot ja irgendwie so ein bisschen, also, äh, in den, in den Trailern kam der besser als in der eigentlichen Serie, muss ich zugeben. Weil man halt in den Trailern dachte, dass das wirklich in einem Kampf wäre und dass das nicht einfach nur, oh, sie reisen jetzt aber gerade sehr, sehr schnell zu diesem Ort. Ich hatte, naja. Das hatte für mich alles andere rausgehauen. Naja, auf jeden Fall ist halt Nuri jetzt inzwischen auch am Boden und sagt dann, ach, ich hätte ihn da lassen sollen. Ja, sie sitzt da immer mit ihrer Mutter und ich, ich weiß gar nicht, was sie da, schleift die da irgendwie einen Reifen oder sowas? Sie macht ja, ihr Vater ist ja Räder, ihr Vater ist ja Rädermacher und da ist sie halt gerade so mit dabei, da zu helfen. Ah ja, stimmt, Rademacher ist ihr Vater. Ja, ja, genau. Rademacher. Rademacher. Schöner Nachname. Gibt's tatsächlich als Nachname Rademacher? Ich weiß, mein, ich weiß, mein Onkel heißt so. Ja. Bei mir, bei mir irgendwie, ich glaub, ein, weiß ich nicht, Lehrer von meinem Bruder hieß man so, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall ist sie, ist sie, äh, ein bisschen, ein bisschen down, sitzt dann mit ihrer Mutter und sagt dann irgendwie, ach Gott ey, ich hätte, ich hätte besser auf dem Pfad bleiben sollen und ich bin ja eh nur ein Haarfuß und mehr werde ich auch nie sein. Ihre Mutter schickt sie dann, glaub ich, einfach nur ins Bett. Da gibt's noch, ja, da ist halt wieder ein Hinweis auf, auf hier, was mit dem Stranger sein könnte. Ja, auf jeden Fall, wenn ein Schluch vom Mond. Genau. Der fast voll ist jetzt. Kann ich, äh, dann zu der anderen Folge noch ergänzen. Ich hab nämlich jetzt mal ein bisschen nachgeguckt über diesen Mann im Mond. Das ist tatsächlich, also da, da ist halt die Frage, ob sie den verwenden dürfen, weil der kommt nämlich eigentlich nur im Silmarillion vor. Das Ding ist halt, ich hab nie interpretiert, dass das irgendwie Charakter in diesem Kosmos ist. Ich dachte einfach, das ist eine Blödelei in diesem Lied, weil das sagen wir ja auch mit Mann im Mond. Das gibt's ja auch bei uns. Ja, das kommt auch daher tatsächlich. Nur Tolkien hat halt hier was genommen, was halt irgendwie in der Kultur gebräuchlich ist und eben aufgeladen mit seinem Weltenentwurf. Also wie bei Rise of the Guardians. Genau. Äh, also ganz kurz abgerissen. Tilion ist auch ein Maja, also genau wie Gandalf, Sauron oder auch Saruman. Der hat eine Vorliebe für Silber gehabt, hatte auch einen silbernen Bogen, mit dem er gejagt hat. Und hat irgendwie dabei auch die, die Strahlen des, äh, Baums Telperion aufgenommen. Und als dann die Bäume zerstört wurden, bekam er den Auftrag, aufgrund seiner Faszination für Silber, weil ja, äh, der Mond aus einer letzten Silberblüte, äh, geformt wurde von dem Baum Telperion. Er, äh, bekam den Auftrag, äh, den Mond zu steuern, sozusagen, beziehungsweise die Insel des Mondes. Und der galt tatsächlich auch als recht eigensinnig und rücksichtslos sogar. Also würde er vom, vom Wesen her durchaus auch passen, auch, dass er ein Maja ist. Die Frage ist nur, äh, ja, er kommt im Silmarillion vor und im Buch der verschollenen Geschichten. An beiden hat Amazon nicht die Rechte, sondern dieser Videospielkonzern Embracer aus, äh, Skandinavien jetzt. Ja, das passt. Deshalb ist es halt die Frage. Ausgerechnet Skandinavien, weil die haben ja auch ihre nordischen Sachen mit dem Mond. Ja, die, die haben, hast du, hast du das nicht mitbekommen? Die haben, äh, die Rechte an Herr der Ringe gekauft vor ein, zwei Monaten. Die haben jetzt die Rechte am kompletten Tolkien-Kompendium. Also auch die Rechte für Videospiele, Merchandise, alles. Und es ist sehr gut möglich, dass wir schon in ein paar Jahren, äh, ja, dass wir dann zweimal Mittelerde haben. Einmal zu Hause auf Amazon und dann womöglich auch wieder im Kino. Na, aber mal abwarten, was daraus wird. Äh, ja, also es, es könnte sein, dass er es ist. Äh, ich glaube ja immer noch, dass es Gandalf ist oder vielleicht noch einer von den blauen Zauberern. Das wäre ja zumindest auch mal interessant. Oder Saruman. Oh, Saruman. Ah, das wird sich dann aber irgendwie falsch anfühlen mit den, mit den Halblingen. Na, ich meine, wir wissen ja, dass er nicht immer irgendwie scheiße war. Aber, ähm, ja, aber dann, dann wären die Haarfüße ja wirklich, also dann, dann, dann wäre das ja wirklich rein willkürlich, dass er ausgerechnet bei denen gelandet ist. Also dann könntest du die Haarfüße komplett, ja gut, von mir aus könnte meine Edi komplett rausschneiden, aber das ist was anderes. Aber, äh, das würde nicht passen. Ne? Das, 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 das würde nicht passen, weil du, du musst ja bedenken, dann, dann, dann würde es ja heißen, dass er dann später eventuell noch mal irgendwie sein Gedächtnis verloren haben könnte. Und ich meine, also der, der hält ja nichts von den Halblingen dann in Herderringen. Naja, er hält, er hält genug von ihnen, dass er da anscheinend Handel getrieben hat, um ein Pfeifenkraut von den Halblingen zu haben. Ja, weil er eifersüchtig war auf Gandalf und wissen wollte, was es mit dem Pfeifenkraut auf sich hat. Ich meine, das ist ja, das ist ja über Gandalf dann sogar in die unsterblichen Lande gewandert, das Pfeifenkraut. Oh mein Gott, Gandalf, du verfluchter Dealer. Diese Raucherscheiße bei Tolkien immer, ne? Ja, ich meine, er hat ja, er war ja anscheinend auch der Pfeife sehr zugetan, wenn man da von den vielen Fotos schließt. Oh ja, jedes, jedes Foto, was du von ihm siehst, ist mit Pfeife, ja, ja. Aber das gehörte ja auch damals zum guten Ton. Das gehörte damals zum guten, ja, es ist auch sehr, es ist auch sehr britisch tatsächlich, ne? Durchaus. Ja, ja. Nun ja, wir werden ja sehen, was es damit noch auf sich hat, das ist ja noch nicht alles, aber es ist, glaube ich, das Letzte, was wir dann hier vom Stranger sehen. Ja, tatsächlich, den sehen wir erstmal nicht mehr. Ich muss ja sagen, die Szenen mit dem werden immer für mich so ein bisschen, also ich hatte ja angemerkt, dass ich die doch jetzt arg repetitiv finde mittlerweile. Es wird aber immer noch ein bisschen aufgefallen von diesem Daniel Wayman, ne, der den spielt, der hat einfach sehr viel in seinem Gesicht stehen und der muss, wirklich, der muss überhaupt nicht sprechen. Von mir aus müsste der gar nicht sprechen. Das steht alles in seinem Gesicht und dieses Wehmütige, das kaufe ich ihm schon ab, ja. Ja, dann sind wir, ja, wir sind wieder in den Südlanden, äh, wo sie sich, äh, wo sich Galadriel und, äh, Theo da, äh, eingebunkert haben, äh, liegen da in so einem, unter einem Baum, halt teilweise in einem Baum. Es ist mittlerweile Nacht geworden, oder was man Nacht nennen kann in, äh, Neo-Mordor. Und, ja, dann kommen sie so ein bisschen ins Gespräch. Also, es geht ja irgendwie um Verlust. Und dann erfahren wir endlich mal was über Galadriel. Sie hat nämlich nicht nur ihren toten Bruder, den sie irgendwie, also ich glaub, den betrauert sie jetzt seit einem Zeitalter. Äh, sondern, ja, hier wird einfach mal so random ihr Mann Celeborn eingeführt. Ähm, beziehungsweise, dass es ihn zumindest gibt in diesem Universum. Zur Info, äh, eigentlich müsste sie schon mit Celeborn verheiratet sein. Sie müsste eigentlich auch schon, äh, ja gut, ob sie jetzt schon Lorien mit ihm beherrscht, das weiß ich nicht hundertprozentig. Aber, äh, das Elbenkönigreich Eregion, äh, wo ja, äh, Celebrimbor sitzt und dann die Ringe der Macht schmiedet, äh, das haben beide eigentlich gegründet zusammen. Und, äh, eigentlich müsste auch, äh, Galadriel eine Tochter haben, namens Celebrian oder so ähnlich. Uh. Aber aus Celeborn, äh, wird hier, ja, du bist, du bist ja nicht so firm in der Lore, aber sie erzählt dann ja, wie sie, äh, Celebrion kennengelernt hat. Und, dass das irgendwie wohl auch zu einer glücklicheren Zeit war, als sie noch ein bisschen anders gepolt war. Denn Celeborn begegnete ihr auf einer Waldwiese, wo sie tanzte und dort haben sie sich dann anscheinend ineinander verguckt. Und das war eindeutig eine Anspielung auf Beren und Luthien an der Stelle. In, in Anspielungen, äh, darauf wird dann auch beschrieben, dass Aragorn sich ähnlich in, äh, Arwen verliebt hat. Poetry, it rhymes. Ja, durchaus. Ja, ich mein, ach ja, das ist ja. Äh, äh, also Beren und Luthien hab ich jetzt vielleicht hier nur so reingeworfen, für alle, die das nicht wissen. Das ist ja, äh, die, die Ahnengeschichte über die Aragorn da, äh, sinkt, als sie in den, ähm ... Mückenwassermohren sind. Genau, in den Mückenwassermohren sind. Äh, eine Szene, die man nur im Extended Cut sieht. Und Beren und Luthien ist somit das Wichtigste für Tolkien gewesen. Also, es ist, es ist im Grunde genommen seine Version ein bisschen von Romeo und Julia. Äh, äh, Finrod ist damit tatsächlich auch eng verbandelt, die, die Handlung um ihn. Und, äh, also das war für Tolkien mit das Wichtigste überhaupt, diese ganze Geschichte. Also, auf den, auf den Gräbern von ihm und seiner, äh, Frau stehen tatsächlich jeweils die Namen Beren und Luthien bis heute. Ja, und, aber sie, ja, sie sagt, sie schreibt ihn hier ab als Kriegsopfer. Genau, der ist irgendwie in den Krieg gezogen und kam nie wieder zurück. Er gehörte zum Gefolge Tingolz. Da werden wahrscheinlich auch einige Tolkienisten die Ohren gespitzt haben. Aber ja, äh, ich weiß nicht, meinst du, er wird nochmal in der Serie auftauchen als Kriegsheimkehrer, oder ... Muss er ja irgendwann, halt, wenn sie da irgendwie eine Brücke schlagen wollen, weil er ist ja letztendlich am Leben in Herr der Ringe. Also, und auch gar keine allzu unwichtige Rolle. Also, halt, er, er muss irgendwann halt wiederkommen. Aber sie schreibt ihn halt ab tatsächlich, als er ist tot. Auf jeden Fall. Und, äh, das hat mich sehr überrascht. Weil ich dachte, was zum Fuck? Und vor allem halt, dass das halt nie bisher zur Sprache kam. Gar nicht. Äh, gar nicht. Weil jetzt wirklich halt, wenn man bedenkt, okay, sie war, ist verheiratet, sie ist Witwe auch noch. Ja, ähm, ja. Das ist etwas, das ist etwas, weiß nicht, etwas seltsam. Ja, es kommt halt hier so out of the blue und irgendwie wirkt es fast schon, als ob man die Fans eigentlich träumen will. Weißt du, so Name-Dropping. Oh, Killeborn! Ach, übrigens, ja, in unserem Universum ist er wahrscheinlich tot. Es wirkt nicht direkt wie träumen. Und ich glaube halt auch nicht, dass er ist tot oder wie auch immer. Es wirkt nicht wirklich wie träumen, es wirkt irgendwie wie Backpedaling. Mhm. Halt irgendwie, oh, und übrigens, das ist auch passiert, aber bisher haben wir noch nicht darüber gesprochen. Ja, warum auch immer. Also ich meine, sie erzählt doch irgendwie jedem gefühlt ihre Lebensgeschichte. Ja, aber ich meine, wenn sie sich denen ein bisschen öffnet, genau, behalte ja das mit dem Bruder, das wissen alle. Aber ja, es ist ein bisschen seltsam. Also ich meine, das wäre vielleicht nämlich etwas, was ja auch mal so ein bisschen Format geben könnte. Also von wegen, diese Galadriel hat vielleicht auch mal Gefühle. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich wieder die, die herkommen von wegen, ja, wenn sie sich bindet, dann ist sie ja keine starke, unabhängige Frau mehr, die sie hier ja sein soll. Also hier von wegen Woman Empowerment und so. Aber jetzt mal ehrlich, eine verheiratete Frau kann auch stark sein. Das muss sie sogar, wenn sie den scheiß Ehemann ertragen muss. Ja, 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 ich meine gut, Keleborn ist ja jetzt. Ich bin mir sicher, er ist sehr umgänglich. Der ist auch ein kleines Arschloch. Ja, ja. Aber halt trotzdem, ich meine nur allgemein gesprochen. Frauen müssen, Frauen müssen sehr stark sein, wenn sie heiraten. Ganz egal, ob Mann oder Frau. Also was, was wichtig ist noch, ich hoffe, das kommt auch hier nochmal zum Tragen, dann irgendwann in der Serie. Galadriel schätzte tatsächlich die Zwerge. Das hat man ja auch an ihrem Umgang mit Gimli gesehen. Ich meine, er hat sich ja völlig in sie verknallt. Und Keleborn hasst die Zwerge, tatsächlich. Ah. Also hier Eregion ist ja nicht weit weg von Moria, wie wir ja wissen, beziehungsweise hier dann noch Casa Doom. Ja, auf jeden Fall, er zog in die Schlacht, sein Schicksal ist ungewiss. Also wenn der nicht auftaucht, dann, boah, ihr könnt mich mal echt. Ist auch so, Keleborn ist auch so, der Schauspieler da in Herr der Ringe, Martin Xhoka. Ist das immer noch einer, der arbeitet? Also das regelmäßige Zeug. Aber das erste, worin ich ihn, worin ich persönlich ihn gesehen habe nach Herr der Ringe, war Kangaroo Jack. Oh Gott. Ja, der, ich glaube, Königreich der Himmel war der auch drin. Der hat auch schon richtige Arschloch-Rollen gespielt. Er war auch schon mit Benjamin Walker, war er in April Lincoln Vampire Hunter. Ja, der ist so ein ewiger Nebendarsteller. Er ist definitiv ein Charakterdarsteller, ja. Ich weiß gar nicht mal, wo der herkommt. Vielleicht aus Australien oder so, keine Ahnung. Könnte sein, weil ich meine, dass er ein Kangaroo Jack ist und ich glaube, da hat er einen relativ authentischen Akzent. Wie auch immer, ist ein bisschen seltsam. Kangaroo Jack müssen wir jetzt nicht erwarten. Ist ein bisschen seltsam, dass hier, da habe ich halt gestutzt, hä, was? Okay, na gut. Ja, vielleicht ist es einfach nur Name-Dropping, ich weiß es nicht. Ach, die haben dann halt auch wieder so ein Gespräch, wo sie sich irgendwie gegenseitig die Schuld zuschieben. Nicht Schuld zuschieben, sie wollen sich gegenseitig die Schuld nehmen. Ja, 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 zuschieben nicht, das war jetzt blöde, aber wie gesagt, du hast wirklich gefühlt tausend Gespräche in dieser Folge, wo es irgendwie nur darum geht, nein, ich bin schuld, nein, du bist nicht schuld, nein, ich bin doch schuld. Das ist so, boah. Und hier ist es, Theo fühlt sich schuldig dafür, weil er meint halt, dass sein Fehlverhalten, also hier mit dem Griff und dem ganzen Kladderadatsch, dass das dem Feind zur Macht verholfen hat und dann sagt sie aber, lade dir nicht diese Bürde auf. Und ich muss sagen, das war wirklich mal eine gute Szene von ihr, weil da hat sie dann nämlich so einen Blick in die Kamera, wo du denkst, denkt sie jetzt gerade an ihre eigene Bürde und ob die, ob das überhaupt alles noch so Sinn macht? Ja, ja, genau, lade dich diese Bürde auf, du kannst sie vielleicht nie wieder ablegen, so wirst du vielleicht nicht wieder los. Ja. Ja, das ist sehr gut. Und dann hat sie noch einen sehr schönen Satz tatsächlich, denn sie sagt, in dieser Welt sind auch Mächte jenseits der Dunkelheit am Werk und vielleicht sollten wir unsere eigenen Interessen und Pläne da hinten anstellen und ihnen vertrauen. Und da war ich so am Überlegen, ist das ein Satz von Gandalf? Ich musste auch an Gandalf denken bei der Stelle, ja. Das ist ja die in Moria, ne, wo er da mit Frodo redet. Ja, genau, das ist ja, ich dachte halt, Moment, das ist doch etwas, was ähnliches hat Gandalf gesagt oder würde er sagen. Ja, dass sie dann hier plötzlich so hoffnungsvoll ist, das ist ... Ja, aber sie ist ja auch in dem Sinne halt, ich glaube halt auch, dass sie das ein bisschen mit so ... Ich mach diesem jungen Mann hier jetzt ein bisschen Mut, denn er ist aufgewühlt, aber halt gleichzeitig ist das auch so ein bisschen hier Bewältigung für mich. Ja, ja. Da geht einiges vor. Dann, das kann man schnell zusammenfassen, das tratschen sie über fünf Minuten, kommen ein paar Orcs vorbei und erwischen sie fast, aber dann doch nicht, weil halt ich kann sie nicht riechen, alles Asche. Ja, da ist dann, also, ich mein gut, das fand ich nicht schlecht, das Amazon X-Ray, das weist auch dahin, dass es bei den Orcs ja wirklich so, welche gibt, die extra dafür ausgebildet sind, in Anführungsstrichen Spürnasen zu sein. Aber dass das halt mit dem Geruchssinn, ich mein, die anderen haben ja zumindest auch einen Geruchssinn, wenn auch nicht so ganz so krassen, in Folge 6 hat's halt keine Rolle gespielt und bisher auch nicht. Aber die sind dann nicht, der ist dann nicht so nah dran an denen, Folge 6, als er da hochgeht, der geht auf die andere Seite der Wagen. Nee, nee, und wenn, dann riecht der auch nur Asche, klar. Aber, ja, es hat, aber, es weiß, also, der, der war schon, Theo war in, in, äh, eine der früheren Folgen einmal in dieser Plansequenz wirklich sehr nah an den Orcs und die hätten den eigentlich riechen müssen. Äh, und dass das jetzt hier plötzlich zum Tragen kommt, das wirkt halt wieder so, ja, wir, wir drehen uns das vom Skript her, wie wir's gerade brauchen. Danach, äh, dann sagen sie, gut, wir bewegen uns, äh, beim ersten Licht und dann halt, welches Licht? Ja, da ist, also man, man merkt, Theo ist schon ziemlich durch. Ja, er hat's grad seine Heimat verloren, das ist ja sein Leben lang als seine Heimat kannte. Ja, ja, er, 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 er sieht ja auch keinen Plan dahinter irgendwie, also, als Galadriel da von, von Plänen spricht oder was, das ist auch so ein bisschen so ein Gelaber von wegen Gott hat einen Plan. Ja, was ist der Plan, meine ganze Heimat zu zerstören? Ja, sicher, ja, klar, ich mein, das ist alles, das ist alles relevant und, äh, richtig. Ja, 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 Ilúvatar hat einen Plan mit ihm, ganz klar. Dann springen wir aber zu jemandem, der auch einen Plan hat, nämlich, äh, Durin, äh, wieder in der Mine. Ja, ja, ich muss sagen, das fand ich eine sehr schöne Kamerafahrt, wo man dann da auch mal Werkzeuge und so sieht, ne, in diesem Gang. Ja. Das, das war schön, das... Tief, tief unten in der Mine. Genau, und, äh, Durin schlägt auf eine Wand ein und, äh, das scheint, äh, den Berg überhaupt nicht gut zu bekommen, denn es, äh, bebt und grollt und staubrieselt von der Decke und dann ist Elrond so, oh, lassen wir den Berg mal lieber kurz zur Ruhe kommen. Und, äh, reicht dann Durin so eine, so eine Feldflasche wahrscheinlich dann mit Wasser und Durin ist so, ne, Selbstbeherrschung unter Zwergen. Und dann sagt er halt auch schon, Selbstbeherrschung entschied auch schon unseren Wettstreit, ne, also von wegen die zwergische Selbstbeherrschung hast du, hast du die noch nie mitgekriegt. Die hat unseren, äh, hier, äh, Steineklopper-Contest entschieden und dann lässt Elrond irgendwie so durchblicken, dass er ihn hat gewinnen lassen, um eigentlich nur die Audienz bei ihm zu kriegen, ne? Ja. Was dann aber wiederum auch eine Lüge ist, denn Elrond sagt, ja, im Grunde war ich einfach nur müde. Und Durin lenkt dann ein, ach, fuck it, jetzt lass mich trinken. Die sind so gut zusammen. Die sind, die sind super. Also man kann der Serie wirklich viel vorwerfen, aber ich muss dazu sagen, ich hab einen anderen Podcast gehört und die waren mit dem Casting von Robert Aramayo, äh, in der ersten Folge nicht so wirklich begeistert. Also ich meine, der hätte nichts von Hugo Weaving? Das muss er ja auch nicht haben. Das ist eine andere Interpretation. Ja, vielleicht liegt es daran, er hat natürlich in Game of Thrones, hat er ja den jungen Ned Stark gespielt auch schon, ne? Vielleicht war das irgendwie auch eine Inspirationsquelle dafür, also dass er halt jüngere Ausgaben spielt. Aber die meinten dann, als sie den in der zweiten Folge mit Durin gesehen haben, da haben sie dann verstanden, oh, die haben das eventuell wegen den beiden gecastet. Dass er wirklich diese, äh, großartige Chemie hat, also wirklich schon eine Buddy-Dynamik mit Owen Arthur. Die hatten einen guten Screentest zusammen, ja. Könnte gut sein. Ja, durchaus möglich. Ähm, ja, aber jetzt, ich fand ihn von Anfang an halt sehr, sehr schön, aber halt, ähm, dass, ja, mit die beiden halt immer, es ist brennt, wenn, wenn die da gemeinsam. Das ist das Highlight, ja. Und er hat, er hat ja, er hat hier so ein richtig schön freches Grinsen an einer Stelle auch, wenn sie da ... Ja, er hat schon so was schalkhaftes, spitzbübisches, was, was den angeht, ne? Schon öfters. Dann redet nämlich Durin davon, ja, ich, äh, trag den Namen und wir müssen uns unsere Namen. Würdlicherweise ist die größte Ehre und wir haben unseren geheimen Namen, die sagen wir, unserer Familie. Und ich glaube, er will's ihm sagen und dann sagt Elrond, ah, warte noch, warte noch ab. Ja, das ist wahrscheinlich sein Name in der Zwergensprache, ne? Ja, wahrscheinlich. Denke ich mal, ähm, und Elrond macht sich dann aber lustig darüber, naja, du bist ein Durin und dein Vater ist ein Durin und dessen Vater war auch ein Durin. Durin. Äh, ne? Also, dass die jetzt nicht die ... Also, ich glaube, die sind noch unkreativer als die Targaryen in Game of Thrones und das will schon was heißen. Weil da gibt's dann irgendwann Aegon, den, ne? So und so viel. Naja. Äh, jedenfalls haben wir dann einen Szenenwechsel, äh, wie Durin immer noch mit dem Stein, aber ich glaube, mit dem Meißel, also glaube ich schon ein bisschen ... Ja, mit dem Meißel und dem Hammer, genau. Also, macht so Feinarbeiten. Feintuning. Durchstößt, durchstößt eine Öffnung und, ähm, dahinter sieht er's dann und dann guckt er mal durch und dann sieht halt Elrond, also wir sehen da so eine große Kaverne, so eine Schlucht sozusagen und da ziehen sich überall die Mithriladern durch bis ganz nach unten. Das erinnert wirklich an Wurzeln. Ja, das ist ganz tief. Ja, sehr, sehr tief. Aber, äh, bevor sie sich da wirklich drüber freuen können, steht, äh, Durin der Dritte, äh, hinter ihnen und ist außer sich, dass sie, ja, man muss ja sagen, also, äh, also nicht nur Elrond, sondern auch sein Sohn haben sich halt seinem Befehl widersetzt, dass diese Ader geschlossen gehört. Und, äh, ja, deshalb platzt Durin, also dem, dem König der Kragen und er lässt Elrond rauswerfen aus Moria. Ich dachte sogar erst, sie würden ihn einkerkern, weil der hat ja irgendwie gesagt, äh, ja, hier, Wachen ergreift ihn, dachte ich mir so, nehmen die den jetzt gefangen? Nee, sie schmeißen ihn bloß raus. Also, der, der fliegt da raus wie, wie jemand, der irgendwie im Club, Club kein Trinkgeld gegeben hat oder so. Ja, und er hat immer noch das Mithril-Stück. Genau. Und, äh, dann sind wir bei den beiden Durins und er erzählt, äh, von, von dem kleinen Durin als Baby und, äh, wie er irgendwie schwach wirkte. Die Geschichte hat mich erinnert an irgendwas, halt, wie er irgendwie schwach wirkte und dann aber eines Tages, da sah ich, da sah ich in dir, nein, du wirst groß sein. Das fand ich ein sehr schöner Monolog, halt, die Musik und alles. Also, das hat er, das war sehr rührend. Ja, der, der erzählt auf jeden Fall also, dass der, dass der als Kind halt wohl irgendwie sehr schwach war als, als Kleinkind und dass der den dann irgendwie jeden Abend ans, ans Kaminfeuer gelegt hat. Ja, ja, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hat mich der Monologe in der Benjamin Button, da sagt sie auch irgendwie sowas, du warst so schwach oder hast so gekämpft jede Nacht oder wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr ganz klar. Das war in irgendeinem, in irgendeinem Film gab es einen ähnlichen Monolog darüber. Es hätte, es hätte auch glatt was aus, aus Game of Thrones sein können. Da gibt es ja auch die Szene, wo, wo, ja gut, die ist dann halt eher fies, wo Tywin Lannister seinem, äh, Sohn Tyrion, äh, einschenkt, dass, dass er ja eine Missgeburt sei, die ja eigentlich ins Meer, äh, hinaustragen und von den Wellen fortspülen lassen wollte, ne? Ja, aber halt hier, ähm, genau, hier wird er, unser Sohn, ich weckte dann meine Frau und halt, unser Sohn wird die Berge bewegen und dann halt, warum war das so von mir, dass ich Berge bewege, wenn du, äh, schon ausrastest, wenn ich ein Loch reinhaue? Ja, du, äh, du erstickst jegliche, jeglichen Ehrgeiz und jegliche Ambition, also der nimmt dem die Luft zum Atmen, sein Vater stemmt sich gegen alles und dann kommt der größte Frevel überhaupt, denn er nennt Elrond seinen Bruder oder dass er wie ein Bruder für ihn ist, mit dem er zusammen im Schoße aufgewachsen ist und das ist dann endgültig der Siedepunkt bei seinem Vater, aber er, er steigert es noch weiter, nicht nur, dass, also er, er wirft seinem Vater vor, dass er die Zukunft verspielt, Und, indem er an der Vergangenheit festhängt und dass er, dass er die Krone, die er trägt, dass sie die entweiht und Durin der Dritte hat dann eigentlich, sagt er eigentlich gar nicht viel, sondern reißt Durin, also seinem Sohn, äh, so eine, äh, Halsplatte, glaub ich, weg, ne? Ja. Und schmeißt sie auf den Boden und als Durin die dann aufheben will, sagt er dann einfach nur so relativ beiläufig, ja, lass sie liegen, die gehört dir nicht mehr, also, von wegen, You are not, you are not my son anymore, oder you are not, no son of mine, das passt irgendwie auch zu Tywin Lannister, interessanterweise, äh, ist sogar vielleicht eine ähnliche Figur, aber, ah, ich muss sagen, also, ah, man, ich, ich möchte eigentlich noch viel mehr von Peter Mullen sehen. Vielleicht kommt er ja noch weiter. Der ist so klasse, irgendwie, ich, ich, ich kann den auch irgendwie nicht hassen, also, eigentlich ist er ein totaler verstockter alter Arsch, aber trotzdem spielt der den irgendwie tragisch, das ist etwas, was man auch schon in, in Westworld bei ihm gesehen hat, aber ja gut, da hat er nochmal ganz andere Sachen gemacht, kann man gerne in, in die Westworld-Cast reinhören, wobei, äh, ja gut, da hat er nicht jetzt die Riesenrolle gehabt. Und schon wieder halt, voll diebri halt, schon wieder halt gehen Leute auseinander, emotional vor allem. Ja, eigentlich müsste diese Folge eher Abschiede heißen, ne? Ja, wirklich, ey. Und nicht das Auge, also, äh, na gut, kommen wir später zu. Äh, dann, äh, das Auge tränt. Dann, dann, äh, gehen wir wieder über zu den Haarfüßen, äh, und Poppy, die schon wieder ein Lied singt, ich hab jetzt nicht drauf geachtet, generell mal dieses Lied, was sie, also hier Wandering Day, das scheint an, äh, offenbar wirklich auch aus den Büchern zu sein. Oh. Ich hab jetzt nicht genau nachgesehen, aber das haben sie wohl nicht extra gedichtet, keine Ahnung, also sonst, vielleicht hat der Ben McCreary da irgendwas geschrieben, das würde mich mal interessieren. Das Ding ist halt, es wurde von der, das Lied wurde von der Band, also die Melodie stammt von der Band Plan 9, der Text stammt von einem der Showrunner. Ah, okay, na gut, das können sie. Ja, ich glaube, ich, ich, ich glaube Payne, ich bin mir nicht ganz sicher, relativ sicher, J.D. Payne. Ja. Und, ähm, McCreary hat's arrangiert und orchestriert und, ja, genau, aber, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat das ja tatsächlich irgendwo, irgendwo da gewisse Zeilen gefunden, das dann ausgebaut, können gut sein. Es wirkt halt sehr, als Stamm ist aus der Welt von Tolkien, da ist ja das Tolle dran. Ja, ja. Ich muss sagen, also, das gefiel mir wirklich. Auf jeden Fall blüht jetzt der Garten wieder, in Hülle und Fülle, auch der Tore Baum. Das, äh, ja, also er hat's geschafft, er hat's tatsächlich geschafft. Ja, und Nori, Nori, äh, sitzt ja da irgendwie erst im Wagen und Poppy sitzt neben ihr und, äh, isst dann lustig die Vorräte und Nori ist erst total entsetzt. Was? Du darfst doch nicht die Vorräte essen. Wir haben doch nur noch so wenig und dann sieht sie aber erst mal, oh, wow, die sind ja gerade völlig im Paradies. Also, das haben sie natürlich dem Fremden zu verdanken, das ist klar und deshalb decken die sich dann da ein mit Vorräten. Da ist, äh, eine sehr, sehr heitere Stimmung auch plötzlich. Poppy geht da irgendwie singend Wasser holen, ähm, entfernt sich dann ein bisschen von den anderen. Also, während die da, die haben ja wirklich Garten-Eden haben die da, ne? Ähm, ja. Und, äh, dann sieht Poppy aber plötzlich beim Singen eine Fußspur in der, äh, im, im Schmutz irgendwie, im, im Schlamm an der Seite oder was. Mhm. Und dann kriegen wir da eine Großaufnahme und dann ist Poppy aber verschwunden und der Eimer, den sie mit sich rumgeschleppt hatte, der treibt dann plötzlich nur noch im, im Wasser. Und dann direkt in die Arme dieser Eminem, äh, Cosplayer. Also, ernsthaft, der, also, es sind tatsächlich alles drei Frauen, soweit ich weiß. Ja. Und eine sieht halt aus wie Slim Shady. Und ich hab jetzt, äh, wir hatten ja letztes Mal, äh, standen wir wirklich absolut wie der Ochs vorm Berg. Äh, was die sind. Und die beiden Showrunner haben sich dann tatsächlich zu Wort gemeldet. Das sind Ostlinge aus Ruhn. Mhm. Also, wirklich eine Gegend, äh, die wir noch nicht gesehen haben. Und wo möglicherweise auch einer der beiden Maya hin abgewandert ist. Also, einer hier der blauen Zauber, die schon eher gekommen sind. Und es ist nie so ganz klar geworden bei Tolkien, was sie gemacht haben. Es ist sogar möglich, dass die irgendwie dem Bösen anheimgefallen sind und, und, äh, wer weiß, ihren eigenen Sektenkult gegründet haben. Oder was, und ihrer Aufgabe überhaupt nicht gerecht wurden. Es gab ja, wie gesagt, es gab ja fünf Zauberer. War nicht einer der, ähm, Ringgeister? Einer der Ringgeister ist ein Ostling. Ähm, aber ist der nicht sogar, wurde er nicht auch in dem Zusammenhang mal erwähnt? Ruhn. Äh, es gab hier einmal eine Anspielung darauf, äh, das sagte Miriel so nach dem Motto, also, praktisch so die vermittelerde, ja, doch vermittelerdete Version von wegen, ja, und ich bin der Kaiser von China und, ja, und er ist der Prinz von Ruhn, ne? Ja, ja. Vielleicht war das auch schon ein Verweis da drauf. Oh ja, vielleicht, genau. Aber ich meine, ich überlege, weil einer von denen ist ein, so ein Ostlingskönig. Und da denke ich mir, war das die Gegend? Könnte, könnte gut sein, ja, es blieb ja alles, man muss, man muss sagen, gerade die Ostlinge oder auch die Haradrim, die sind schon, ja gut, die Haradrim vielleicht ein bisschen mehr, aber die Ostlinge, die sind tatsächlich sehr diffus im Kanon. Und es gibt, es gibt auch Aufzeichnungen von Tolkien, wo er geschrieben hat, dass auch gerne andere diese Lücken füllen dürfen und das tun sie dann jetzt ja irgendwo hier. Ja, das ist, das ist schön. Äh, ja, ich muss sagen, es ist zumindest mal was Neues, die wurden mir nur leider viel zu spät eingeführt. Die hätten halt wirklich viel, viel eher schon irgendwie da als etwas, weiß nicht, vielleicht am Ende von Folge 2. Ja, oder da hätte man die vielleicht schon andeuten können. Aber wohl, nee, das jetzt lieber nicht, lieber nicht am Ende von Folge 2, weil da sind die, da wären ja noch viel zu nah dran gewesen. Ich verstehe schon, dass die die erst etablieren. Ja. Die hätten wenigstens etablieren können. Ja, ja. Aber die hätten sie halt natürlich, die müssen sie erst vergleichsweise das Spiel zeigen, wenn die Haarflüse schon eine ganze Weile weg sind. Aber die haben die natürlich jetzt auch doch sehr, sehr schnell eingeholt irgendwo, ne? Aber wie wir sehen können, die können sich ja offensichtlich irgendwie teleportieren. Also denke ich mal, dass sie davon auch während ihrer Reise Gebrauch machen. Ja, die werden ja auch wirklich sehr mystisch inszeniert. Ich muss ja sagen, die Kostüme sind ja schon toll und irgendwie auch diese Optik, das hat was, was ich nur halt irgendwie sehr bezeichnend finde für die Serie. Äh, ja, äh, also was, was sagt es für dich aus, dass die Showrunner in dem Interview extra sagen müssen, was das ist? Und dass die Serie das nicht aus sich selbst heraus erklären kann. Ja, aber das Ding ist ja, irgendwann würden sie es ja erklären. Ich finde halt, lass es doch erst mal Geheimnis, was die sind. Das ist das Ding. Ja, aber warum erklären sie es dann ja direkt posten? Ich weiß nicht, weil, keine Ahnung, weil die irgendwas ... Ja, weil sie den Zuschauern nichts zutrauen. Das, das zieht sich immer wieder durch. Weil das nicht das Problem ist, weil die Zuschauer nicht warten können, die, die verbünden Scheiße. Äh, weil ich bin absolut happy damit, einfach eine Weile zu warten, bis dann irgendwas aufgelöst wird. Ja, aber sie hätten ja schon ... Weil das daran berührt sich dann ja das Geheimnis. Woran mich die erinnern in ihrer Aufmachung, sind sehr so Bilder von so alten keltischen Priesterinnen. Ja, 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 da ist das auch ganz klar von beeinflusst. Ja, es hat halt sehr diese droidischen Einflüsse. Was wir, was wir nicht gesagt hatten, glaube ich, dass sie irgendwie auch so ein, so ein, so ein, so ein, was weiß ich, so ein Blech oder was mit sich rum ... Okay, Blech klingt jetzt irgendwie albern, aber ach, wie nennt man das halt, so eine ... Ein Totem? Ja, auf, also irgendwie so ein, so ein, so ein, äh, Alter, wie nennt man das denn jetzt? Stark. Ist auch egal, auf jeden Fall irgendein, äh, äh, ich sag's jetzt einfach Blech, fuck it. Also, wo auch das Sternensymbol tatsächlich drauf zu sehen ist, das Sternbild, ne, was, was der Fremde sucht. Da war das deutlich zu sehen. Äh, also kann man davon ausgehen, dass da wirklich eine Verbindung zwischen denen war. Ja, das, ja gut, das kommt man sich natürlich irgendwie auch schon aus dem, aus dem Kontext der Szene erschienen. Ja, die suchen ihn ja aktiv. Genau, und, äh, ja, die sind jetzt hier wirklich auf der Fährte. Und man sieht dann, dass die auch wirklich, also die sind ja nicht mehr weit weg, die haben ja den Eimer gefunden. Und nähern sich tatsächlich nachts, äh, dem Haarfußlager, scheinen sich aber für die Haarfüße überhaupt nicht zu interessieren. Nori und, äh, Poppy verstecken sich, glaub ich, vor denen. Genau, weil Poppy hat ja Bescheid gesagt und oh, halt mal lieber Augen auf heute Nacht. Und, äh, da beobachten sie die, wie sie den Baum berühren und, ähm, dann eine bestimmte Richtung, äh, anzeigen. Von wegen, okay, da ist er hingelaufen. Und sie pflückt auch die kleine Blume, die da noch am Baum ist. Genau, sie, sie, die wirklich, also, ich weiß ja noch, die taucht ja, glaub ich, auch schon in manchen Trailern auf. Und da waren ja wirklich Vermutungen, ah, ist das jetzt irgendwie Sauron als Annatar, ne? Es ist aber tatsächlich eine Frau. Es ist, äh, Bridie Sisson heißt die Schauspielerin, auch wenn sie wirklich, sie sieht aus wie Eminem, es tut mir leid. Ja, äh, jedenfalls wollen die sich dann weiterbegeben. Also, die sind dem Fremden wirklich jetzt auf den Fersen. Und Nori will das Ganze nicht zulassen und macht etwas sehr Blödes. Sie kommt nämlich aus der Deckung hervor und ruft denen hinterher, ey, das ist die falsche Richtung. Der ist da lang und dann sind die plötzlich verschwunden. Genau, die, die drehen sich erst so zu ihr um, so nach dem Motto, aha, und dann sind sie verschwunden und, äh, dann weiß Nori natürlich nicht, wo die sind. Man sieht dann eine Hand, die sich nach ihr ausstreckt, ihr irgendwie auch, ich mein, die Hobbits, die haben ja alle so, so Biomüll in den Haaren. Und ich glaube, äh, irgendwas davon zupft sie ihr aus, aus den Haaren, oder was? Eine Eichel. Genau, genau. Und, äh, dann kommen aber schnell die anderen hinzu. Also, Nori erschreckt sich, dann kommen die anderen hinzu. Äh, unter anderem auch ihr Vater Lago, äh, der, äh, bewaffnet ist mit einer Fackel und die Kultisten dann irgendwie bedrohen. Die stehen da aber einfach nur wie so selbstgefällige Salzsäulen. Und eine von denen, beziehungsweise dann diese, ich weiß nicht, die, die haben auch Namen, aber, äh, die sag ich jetzt nicht, also, irgendwas von Asketen stand da. Diese, äh, Anführerin, die streckt die Hand aus und drückt einfach die Flamme von der Fackel aus, als sei es ein Streichholz. Und dann sagt Shrek, das ist der Moment, in dem weglaufen müsst. Genau, aber das tun sie leider nicht. Äh, und die setzt noch einen drauf, das hat man auch schon im Trailer gesehen, da dachte man wirklich, das ist irgendwie sauren oder so. Die pustet nämlich die Asche in die Luft. Mit Funken. Das, was sehr toll aussah, das muss ich sagen, das hatte ... Ja, ich bin echt froh, dass ich die letzten Trailer gar nicht gesehen habe, das war halt alles neu. Ja, das ist, das ist dann ein Vorteil tatsächlich, ja. Da hab ich Selbstdisziplin. Ja, und dann fangen alle Wagen Feuer. Ja. Alles wird in Brand gesteckt. Und halt wirklich auch die, wenn sie da verschwinden, auftauchen, die hätten daraus einen billigen Jumpscare machen können und haben sie nicht. Ja, stimmt. Wundervoll. Äh, das war sehr, das war sehr creepy. Die drei sind sehr creepy. Ja. Sehr bedrohlich. Ja, vor allem auch dieser starre Blick von denen. Ja, 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 genau. So, das ist, also, pff, ist schon. Ja, äh, Shit hits the pan, äh, die Wagen brennen alle und, ja, weiß ich nicht, hier Malwa schreit dann irgendwie, will dann irgendwie noch retten, was zu retten geht, wird dann aber auch von Poppy zurückgehalten und die sind halt wirklich richtig entsetzt und verzweifelt. Das X-Ray, das X-Ray, das weist auch darauf hin, dass die über all die Jahrhunderte nie ohne ihre Wagen irgendwo, also ohne, ohne diese Karren sind die praktisch nix. Die sind, die sind, die sind's ja noch nicht gewohnt, wie dann später ihre, äh, Nachkommenschaft im, im Auenland, äh, in, in, äh, Berghöhlen und sowas zu leben. Ja, und da ist, äh, noch das ganze Zeug drin, was sie gepflückt haben. Alles weg, alles verbrannt. Ja, ich muss zugeben, mir war zumindest dann ein bisschen sowas wie Fallhöhe mal, äh, in diesem Handlungsstrang. Die Arme. So nach sieben Folgen. Die Arme. Das ist schrecklich. Nach fünf Folgen. Dann sind wir im Lager der Numinora. Genau. Wo sich Bergg als, also das Pferd als ausgesprochen störrisch erweist. Und, äh, Elendil kommt dann, äh, dazwischen. Also das ist ja das Pferd, was Miriel da hingetragen hat von ihm. Und Elendil meint dann, dass, dass Bergg jetzt, äh, mit heimkehren soll. Und Valandi sagt aber, er wird keinem von uns gehorchen. Und ich muss sagen, ich hab mich da dann schon so ein bisschen gewundert. Weil Elendil hat doch Isildur in diesem, diesem Bonding-Moment in der sechsten Folge hat erzählt, dass es irgendwie ein, ja, eine Art, sag ich jetzt mal, kognitive Verbindung gibt zwischen, zwischen Reiter und Ross. Und wenn der Hengst so störrisch ist, dann wird er sicher wohl denken können, dass eventuell der spürt, dass sein Sohn noch lebt. Ja, genau. Es kann halt auch sein, dass es ihm aufgewühlt ist von wegen, oh, er ist tot. Und weil er lässt ihn dann letztendlich laufen. Und ich dachte erst, ah, und der wird dann vielleicht der Vorfahre von vielen großen Pferden, wie auch immer. Aber dann dachte ich, nee, 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 nee. Das, das, das Vieh bringt dann noch den Isildur zurück. Ja, ja, genau. So wird es sein. Ja, es ist eine Plot-Device im Grunde genommen. Also, der galoppiert. Es hat auch wieder eine Spiegelung zwischen dem, was Brego und Aragorn wieder fährt. Wenn er ihn dann letztendlich rettet. Da hab ich, da hab ich auch irgendwie gelesen, dass da welche meinten, das sei ja eine verpasste Chance gewesen, da irgendwie einen Callback drauf zu machen. Aber das kann ja vielleicht nur in der achten Folge kommen, wer weiß. Das wird definitiv kommen. Und ich denke mir eigentlich, je weniger Callbacks, desto besser. Also, wenigstens halt solche, die so halbwegs optil sind, ist okay. Hatten wir schon ein paar. Wo es dann aber sehr organisch wirkt und zugehörig. Aber das hier wäre jetzt schon eine sehr große Parallele. Auf jeden Fall ist Elendil auch, ja, schon ein bisschen nachdenklicher geworden. Also, er meinte ja, vielleicht war es jetzt doch nicht die beste Idee, Galadriel aus dem Meer zu retten. Ich hätt sie vielleicht einfach ihrem Schicksal überlassen sollen. Und wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er in Gestalt einer Elbenfrau. Oder einer Elbe, wie es ja immer im Deutschen hier tatsächlich. Ist dir das mal aufgefallen? Hatten wir daraus schon mal drüber gesprochen, dass die Übersetzung irgendwie hier komisch ist? Ja, in dem Fall ist es komisch. Also, das zieht sich jetzt schon durch die ganze Serie. Aber ich weiß, dass es in ... Ja gut, auf der anderen Seite Elbenfrau ... Elbin, meine Güte. Ja, Elbin. Und, und, weil ... Also, Elbenfrau sagen ja die Hobbits. Aber mein Gott, die haben da halt keinen Bezug zu. Und hier Dings ist ja der Hexenkönig hier von Wink. Gib uns den halbigen Elbenweib. Na? Das ist eine sehr gute Impression. Ja, äh, wer machen will, wie ich Gollum mache, äh, kann gern in unseren Audio-Kommentar zu die Gefährten rein. So gut wie mein Sean Connery. Wir hassen es, diese Stimme nachzumachen. Ja. So, jetzt reicht's ja. Das ist sehr gut. Ja, auf jeden Fall treffen sie und Theo ein. Äh, man muss sagen, Galadriel wirkt ja auch tatsächlich mal ein bisschen betroffen und zerzaust. Ja, sie ist sehr, dieser, 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 dieser Look steht ihr sehr. Wirkt so, wirkt so mitgenommen und, ähm. Ja. Ja, durch, durch die Mangel. Also, ich meine, das ist ja, das ist ja eben auch mit ihr passiert. Das ist nicht alles jetzt Hochglanz und so. Ja, da wird irgendwas, oh ja, ich weiß, an wen sie mich erinnert hat teilweise. An Ciri in Witcher 3. Okay. Ähm, weil sie hat eben auch diese, die ähnliche Haarfarbe. Sie hat eine halbwegs ähnliche Frisur. Ja, die sah top, ne? Ja, und eben auch die Tatsache, dass sie jetzt schmutziger ist und ja ab und zu halt ihr Schwert auf dem Rücken trägt. Das hat mich halt erinnert an Ciri in Witcher 3. Ja, ein bisschen, ne, stimmt. Ja, auf jeden Fall stürmt, äh, Theo dann irgendwie schon vor und will natürlich seine Mutter suchen. Wir sehen ja da im Lager, also weiß ich nicht, da sind irgendwie Leute aufgebahrt. Da tragen Leute dann auch tatsächlich diese Blumen, ähnlich wie bei der Verabschiedung in Numenor, dann irgendwie zu den Toten oder halt in Totenwache, was weiß ich. Dann ist dann auch Theo später in einem Zelt mit Verwundeten und die da irgendwie versorgt werden. Und holla, hier kriegen wir schon echt was zu sehen. Also da ist unter anderem einer, der hat sein Bein verloren, ein anderer wird genäht. Dann ist da irgendwie eine Leiche unterm Tuch zugedeckt. Also ... Die haben halt mit einem verbrannten Gesicht, das war echt wie das Ende von 1917. Ja, das war schon, das war schon, aber wie gesagt, es ist halt wieder so, die Hauptcharaktere bleiben völlig unversehrt nahezu und stattdessen lassen wir es bis zum Gehtnicht mehr an den Nebenfiguren aus oder an What's-His-Face-Figuren. Eine weitere Hauptfigur, die er nämlich hier überlebt hat, tritt dann hier nämlich auch auf. Also da ist tatsächlich eine Heilerin, die Theo zuerst für Bronwyn hält, die dreht sich dann aber um, das ist sie dann aber nicht. Dann bemerkt er eben eine Leiche unter einem Tuch und denkt schon, es ist eine Mutter, aber nein. Wer hätte es gedacht, seine Mutter steht hinter ihm, umarmt ihn und wäre es natürlich auch noch da, Arondir und den umarmt Theo ebenfalls. Boah, da dachte ich mir echt so, ich weiß noch, ich habe damals mal eine Kritik gelesen zu Krieg der Welten von Steven Spielberg und da ist ja lustigerweise auch Miranda Otto drin, also Eowyn und da stand wirklich so in der Kritik, also es hätte einen dann am Ende dieses Films nicht gewundert, wenn auch noch der Hund der Familie angekommen wäre, weil er auch überlebt hat. Und hier hat sich das für mich ähnlich angefühlt. Also es ist nicht so, dass ich es den Figuren jetzt total missgönne, aber oh mein Gott, also da ist ja wirklich überhaupt nichts. Also Bronwyn scheint wieder völlig auf dem Damm zu sein. Ja, man sieht ja noch, sie ist ja verbunden immer noch, also Arondir hat überhaupt nichts abgekriegt. Sieht aus, als wäre er nur mal kurz irgendwie duschen gewesen. Das, das, nee, das kaufe ich dem Ganzen nicht ab, wirklich. Also, dass die nicht mal irgendwie versehrt sind oder was weiß ich. Also, Arondir, klar, da hieß es schon mal, Elben verletzen sich irgendwie selten oder heilen sich selber, was weiß ich. Aber dass das da wirklich gar nichts ist, das fand ich schon wirklich seicht an der Stelle. Tut mir leid, also. Ja, ich war einfach froh, dass hier nichts passiert ist. Ja, aber es ist so, ich weiß nicht, es nimmt dem Ganzen irgendwie auch Gewicht, weil du hast halt immer mehr das Gefühl in dieser Folge, ja, es ist jetzt irgendwie scheiße in dieser kaputten Gegend, aber wir gehen da jetzt einfach alle raus und dann, ja, ist auch alles wieder gut. Also, man, man klopft so ein bisschen den Staub ab, aber irgendwie hat es auch nicht so wirklich, wirklich Gewicht oder, oder Opfer. Also, es ist vor allem dann auch hier später eine Szene zwischen Theo und Galadriel, die fühlt sich für mich überhaupt nicht verdient an. Aber da kommen wir gleich zu. Galadriel kommt jedenfalls auch ins Zelt, ist dann auf der Suche nach Miriel. Und, äh, die treibt sich hier aber gar nicht rum, sondern sitzt irgendwo, auf jeden Fall irgendwo, äh, abseits sitzt sie auf einem Stein mit einem Tuch über den Augen. Und, äh, ich muss da sagen, ich hab diese Folge ja zweimal gesehen und beim ersten Mal war ich noch nicht so ganz wach. Äh, und deshalb dachte ich erst, also da hab ich das mit der Blindheit tatsächlich gar nicht so kapiert. Und, und gedacht, dass sie vielleicht irgendwie von dem, ja, von dem, von dem Rotlicht oder so, oder, dass, dass, dass sie ihre Augen jetzt vielleicht irgendwie empfindlich auf die Sonne reagieren oder sowas, ne? Aber ja, gut, ist im Nachhinein Quatsch. Sie hat ein Tuch über den Augen, äh, Elendil ist dann bei ihr und sagt ihr, äh, dass sie jetzt wohl irgendwie so schnell wie möglich Säge setzen wollen. Also, sie werden in einer Stunde schon aufbrechen. Allerdings soll eine Garnision zurückbleiben oder zumindest ein Teil der Männer, um, äh, a, die überlebenden Südländer, die ja sehr, sehr zahlreich sind anscheinend, in, äh, umliegende menschliche Siedlungen zu begleiten, was auch immer da sein soll. Äh, und zum anderen auch natürlich nach Vermissten zu suchen, äh, aus, aus beiden, äh, Menschen, äh, Gruppen. Dann stößt Galadriel dazu mit Bronwyn im Schlepptau und das war auch tatsächlich wieder eine sehr gute Szene von der Miriel-Schauspielerin, denn Galadriel kniet sich hin und, also sie, ich, ich weiß gar nicht, peilt sie eigentlich sofort, was mit Miriel los ist? Ja, sicher. Nee, die, die weiß Bescheid. Ja, und von Miriel kommt so ganz forsch, äh, niemand kniet in Númenor. Du bist nicht in Númenor. Sagt dann Galadriel zu ihr und Miriel tastet ihr irgendwie dann im Gesicht rum und spürt auch, dass, also Galadriel nimmt das, ja, die ist ja irgendwie auch ein bisschen aufgelöst, scheint wohl irgendwie auch, weiß ich nicht, hat die Tränen im Gesicht oder was, weil, ähm, Miriel spürt das ja dann und sagt dann, ja, äh, spart euch euer Mitleid auf für eure Feinde, denn, äh, die werden es, es mehr brauchen, wenn wir mit ihnen fertig sind oder sowas. Und dann leistet Miriel einen Schwur und sie sagt dabei, ich, Miriel, Tochter des A in, was, des A in Siladun. Und ich weiß nicht, du, du bist ja auch bekanntlich nicht so jetzt sattelfest in der Lore. Hat dich das nicht verwirrt? Es ist einfach, das Ding ist, ich hinterfrag einfach nicht jedes von diesen Details. Okay. Es ist halt einfach nur, ja, ja gut, es ist halt einfach ein Begriff aus ihrer Kultur. Okay, cool, mir egal. Naja, das ist ja, also es ist, streng genommen ist es einfach nur der, der eigentliche Geburtsname, glaube ich, ihres Vaters, Tapalantir. Okay. Und ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum sie den hier so nennt, ehrlich gesagt, das, also, das, 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 das könnte verwirren, glaube ich. Mich hat nicht, ich dachte halt einfach nur, es ist halt deren, wie auch immer. Bei Shakespeare haben da auch irgendwie alle drei Namen. Ja, nur es ist halt, also, ich meine, die Namen sind hier halt schon, also, die Namen sind hier halt nochmal irgendwie ausgefallener als so bei einigen anderen Sachen. Und da könnte ich mir halt denken, dass die Leute so, hä, ihr Vater heißt so ganz anders. Naja, egal. Besser als bei Star Wars. Sie, sie leistet jedenfalls diesen Schwur, dass, äh, Númenor zurückkehren wird und Galadriel, äh, entgegnet ihr dann, ja, und die Elben werden bereit sein. Und, äh, ja, sie segeln dann, glaube ich, mit der Flut heim nach Númenor. Ja, die fahren jetzt einfach wieder nach Hause, für das sie eigentlich sich irgendwie auch, weiß nicht, sie wollten ja schon irgendwie auch ein bisschen, länger in dem Land bleiben. Aber es war ja für sie letzten Endes auch ein absoluter Schuss in den Ofen, ne? Die ganze Aktion. Also, sie haben es natürlich die Südländer gerettet, aber zu welchem Preis, ne? Ja, ja, das ist halt heftig, weil letztendlich haben die Südländer jetzt keine Heimat mehr. Ja. Äh, ja. Aber sie leben noch. Oh ja. Und sie sind so zahlreich, wirklich. Sie haben alle überlebt, aber sie haben keine Heimat mehr. Das ist, das ist auch so ein Motiv, was sich durch die Folge zieht, ne? Das haben nicht alle überlebt. Du siehst da Leichen in der Asche liegen und es sind viele von denen gestorben. Ja, aber nur Nebenfiguren. Nebenfiguren, die nicht mal Namen haben. Ja, weil du brauchst die verdammten Hauptfiguren, um dir Geschichten zu erzählen. Ja, aber ey, wirklich, das die, wirklich, also null Konsequenz. Null. Ne, es gibt die großen Konsequenzen. Es ist halt nur, du musst halt natürlich, du brauchst das. Ja, aber welche? Miriel hat die Augen nicht verloren. Elendiert. Ja, es geht halt, es geht halt nicht um die Konsequenzen bei denen halt, es geht darum, was passiert im Inneren mit den Charakteren und was passiert mit den Sachen außenrum, die sie beeinflussen. Und dann passiert eine ganze Menge. Ja, aber das sie, also ich meine. Du kannst ja nicht andauernd halt Leute sterben lassen, nur es dann. Ja, aber es ist schon komisch, dass die anderen alle dahin gerafft werden und denen wirklich, die sehen teilweise aus wie aus dem Ei gepellt. Ich schnall das halt echt nicht, das ist in jedem Medium so. Warum hast du ein Problem hier damit? Weil es einfach unglaubwürdig ist, dass sie überhaupt überlebt haben. Ja, aber das ist alles unglaubwürdig. Ja, aber sie haben wirklich, im Grunde haben sie keine Opfer gebracht, was das angeht. Außerdem ist das hier noch am Anfang der Geschichte. Das ist die erste Staffel. Da sterben garantiert noch einige Leute. Ja, aber dann inszeniert man das nicht so. Dann ist es einfach, ganz ehrlich, dann ist das im Grunde eine riesen Blendeaktion gewesen am Ende der sechsten Folge. Ich meine, man wusste eh, dass Galadriel überlebt. Das ist total Arnebüchen. Aber gut, da kommen wir am Ende nochmal zu. Dann springen wir jedenfalls nochmal zu den Haarfüßen, die schon wieder damit beschäftigt sind, Überreste zusammenzuraffen. Dreht sich irgendwie auch ein bisschen im Kreis, die ganze Nummer. Und Nori ist erschüttert, weil ich nehme an, sie gibt sich ja auch irgendwie ein bisschen die Schuld an der Aktion. Und das ist ja auch völlig zu Recht, weil hätte sie die nicht so blöd von der Seite angequatscht, dann hätten die sich gar nicht für sie interessiert wahrscheinlich. Also, ja, auch ein bisschen selber schuld. Und ihr Vater Lago hantiert dann da irgendwie rum und sagt von wegen, ja Tochter, geh mir doch mal zur Hand. Und, also der, der ist halt so von wegen, ja, Staub abklopfen und weitermachen. Dann, dann sagt irgendwie Sadok, ja, also jetzt gönn uns doch mal zumindest irgendwie eine Zeit zum, zum Weinen. Und irgendwie auch so ein bisschen, naja, irgendwie, das, also klar, man muss jetzt nicht irgendwie direkt so tatkräftig da von, von, äh, vorangehen. Aber, das wirkt da auch so ein bisschen, ach Gott, ey, lass uns doch jetzt mal ein bisschen wehleidig sein. Und, und dann hält irgendwie Lago so ein, so ein, so ein Moralvortrag von wegen, ja, wir Haarfüße, wir mögen jetzt nicht die Größten in Mittelerde sein. Aber in einem übertreffen wir alle. Wir sind ja einander so treu und unsere Herzen sind noch größer als unsere Füße. Und dann dachte ich mir jetzt so, irgendwie ist das ein bisschen verlogen. Oder wie hat das auf dich gewirkt? Nicht direkt, ich meine, das ist halt so, wie er die Dinge sieht. Und da hat er, er hat nichts in der Folge gemacht bisher, was da was anderes schließen lässt. Ja, oder, ja, oder was, was heißt verlogen? Ich meine, er hat ja anscheinend jahrelang kein Problem damit gehabt, Leute, die zu schwach waren, einfach zurück und ihrem Schicksal zu überlassen. Und dann sind sie plötzlich, spielen sich auf als die größten Empathen ever. Also, das machte für mich überhaupt keinen Sinn. Und, ja, gut, ich hab, ich hab das, ich weiß nicht, ich hab's in der dritten Folge gesagt, aber ich, ich muss auch gestehen, also, äh, ich war von Anfang an skeptisch, was die Haarfüße anging in dieser Serie. Ich bräuchte die eigentlich gar nicht. Und dann dieser Quatsch, dass die schon irgendwie einen Hang zum Sozialdarwinismus haben, das hat mir die, ehrlich gesagt, in weiten Teilen eigentlich vergrätzt. Also, dass die, dass die so eine grausame Ideologie pflegen. Also, Malwa schlägt ja sogar dann in der, in der fünften Folge vor, ja, nehm ihnen mal die Räder weg. Sag mal ganz ehrlich, warum schlitzt du ihnen nicht gleich direkt die Kehle durch? Und das ist wirklich so von wegen Survival of the fittest, also, und dann, dann, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das in der dritten Folge so erwähnt habe, aber, äh, das hat dann auch immer nichts mehr mit hartem Nomadenleben zu tun, wenn sie da irgendwie sagen, oh ja, der und der ist durch Bienen gestorben. Wir hatten ihn ja lieb, aber er war ja schon irgendwie nen Trottel. Mein Gott noch mal, der ist gestorben und habt ihr, habt ihr den, habt ihr den etwa mit Absicht sterben lassen, weil er halt dumm war? So hab ich das nicht aufgefasst. Das weiß nicht, also, dass, das, du merkst auch, und das, das hab ich auch, ähm, da hab ich auch mit jemandem drüber diskutiert online, du merkst, dass die Macher, glaub ich, selber nicht wissen, was sie hier eigentlich für eine fragwürdige, eigentlich schon bedenkliche Botschaft übermitteln an der Stelle. Und das ist, letzten Endes ist es eigentlich nur ein Vehikel dafür, dass halt der Fremde mit denen geht und sie dann da Schritt halten können. Mehr ist das eigentlich nicht. Und da bauen sie dann so eine wirklich befremdliche Ideologie schon auf bei den Haarfüßen. Ich glaub, es geht halt auch damit darum, dass sie das irgendwann hinter sich lassen und sich da weiterentwickeln und besinnen. Ich denke, das wird halt so deren ultimative Arc. Ja, aber wie soll man, ich mein, auch jetzt im Hinblick, das sind jetzt schon zum zweiten Mal, ob du jetzt das bei Galadriel hast oder hier, so ganz merkwürdige, schon reaktionäre Untertöne. Und da frag ich mich ernsthaft, wer soll sich damit identifizieren? Und dann halt auch jetzt dieses Gerede da, ich kauf denen das nicht ab, dass die ja ach so, so, so große Herzen haben. Die haben nur so lange große Herzen, wie die Leute nach der Pfeife tanzen. Und sobald man aus der Reihe tanzt, wird man sich selber überlassen und schlimmstenfalls dem Tod. Also das hat für mich, das hätte eigentlich eine schöne Szene sein können. Genauso wie diese Szene da auch in der dritten Folge. Aber dieser wirklich reaktionäre Populismus da drin, der macht mir das echt kaputt an der Stelle. Also weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht so hart sehe, aber das ist mir richtig sauer aufgestoßen. Du hast da nicht so drüber nachgedacht, ne? Nö. Ja, weil, keine Ahnung, also könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht nachvollziehen könnt. Oder ich finde es problematisch, wirklich richtig problematisch. Ja, auf jeden Fall, das ist dann auch sehr merkwürdig, weil Nori rafft sich dann irgendwie doch hoch nach dem, was ihr Vater gesagt hat. Nimmt sich einen Apfel und will irgendwie ihre sieben Sachen packen und hinter dem Fremden her, weil sie meint, sie ist ihm das schuldig. Und dann, äh, ja, ist so ein bisschen so, bildet sich fast ein Fellowship, ne? Also er schließt sich Poppy an, dann ihre Mutter, warum auch immer. Und dann noch diese, und das war wirklich der Gipfel. Also das hat für mich an der Szene auch nicht funktioniert, weil dann kommt plötzlich diese Malwa an und Ja, das Mädchen hatte schon immer recht. Ich wollte ihr vor, äh, zwei Folgen, zwei die Räder wegnehmen lassen, aber sie hatte ja immer schon recht. Also dann dachte ich mir so, ihr seid nicht nur irgendwie, äh, kleine Faschisten, ihr seid irgendwie auch ganz schöne Opportunisten. Also, wer, wer soll sich damit identifizieren, ernsthaft? Eine total unsympathische Figur, oder nicht? Nö. Ja, ich meine, die ist, die hat, die hat nur toxisches Gelaber drauf, die ganze Serie über. Und dann auf einmal, ach ja, ich war ja schon immer ihr Fan. Also mehr im, äh, wie ein Fähnchen im Winde drehen kann man sich eigentlich gar nicht. Naja, und dann weiß ich nicht, wer schließt sich ihr noch an? Ich glaub, Sardok, ne? Genau. Der sagt dann noch irgendwie, dass er seinen Stock holen geht und dann brechen sie auf und sagt dann auch, ja, wir sind ja eh schon alle tot, von daher, fuck it. Äh, ja, ich weiß nicht, die ganze Szene wirkte auf mich so ein bisschen unmotiviert. Und, also, warum die jetzt plötzlich alle doch auf Noris Seite sind, nachdem sie die bestimmt die ganze Staffel über fertig gemacht haben, das ergab für mich nicht wirklich Sinn. Und dass ihre Mutter, vor allem, warum geht der Vater nicht mit? Warum geht der Vater nicht mit? Also, wie geht's hier Lago? Vielleicht ist er noch nicht so super, vielleicht ist er noch nicht halt hundertprozentig gut zu Fuß. Okay, aber, äh, ja gut, aber weiß ich nicht, also, dass der dann seine Frau einfach so ziehen lässt, das ist irgendwie, weiß nicht, die Szene, die wirkte echt so, ach ja, was machen wir jetzt noch mit den Haarfüßen? Ja, sie latschen halt irgendwo rum. Das ist so, das ist aber generell so mein Eindruck, dass sie die Haarfüße einfach hier drin haben und dann nicht wirklich wissen, was sie damit eigentlich erzählen sollen. Weil, sagen wir mal ehrlich, was erzählen sie unterm Strich hier? Nichts wirklich. Ne, die etablieren die als Charaktere, die halt garantiert noch ein bisschen mehr zu tun kriegen und an sich einfach fügen die da eine schöne ... Wann denn? Wann kriegen sie denn mal was zu tun? Wieso tun sie? Ich meine, sie machen ja allgemein, sie haben da ihren eigenen Handlungsstrang. Bisher gab's noch nicht richtig Überkreuzungen, aber das find ich halt für sich auch sehr interessant und einnehmend und ich bin gespannt, wohin es noch führt. Also, das ist meine Meinung. Es führt für mich halt nirgendwo hin, gefühlt. Das weißt du ja gar nicht, ist ja noch nicht fertig. Ja, aber wir haben jetzt wirklich, wir haben fünf Folgen jetzt mit diesen Figuren verbracht und im Grunde genommen passiert da eigentlich immer dasselbe. Ich find's halt schön, dass sie sich da ein bisschen Zeit lassen und halt, wie gesagt, wer weiß, wo das hinführt, wir wissen's ja noch nicht. Ja, aber wie viel Zeit willst du dir denn noch lassen? Ich meine, das ist, äh, keine Ahnung, haben die dann erst in der dritten Staffel wirklich überhaupt mal so was wie eine Relevanz? Ich weiß es nicht, also, die wirken für mich einfach reingedrückt und die Macher wissen selber nicht, was sie mit denen machen sollen. Also, ist meine Eindruck, das merkt man halt auch, dass sie ... Ich meine, überleg mal, das ist jetzt die siebte Folge und nur durch diesen Vulkanausbruch gab's jetzt mal irgendeine Auswirkung von anderen Ereignissen auf diese Plotline, die förmlich wirkt wie in so einem Kokon. Naja, das ist, das ist nicht ... für mich ist das einfach nicht gut erzählt, aber okay. Dann, äh, ich glaub, dann sind wir auch fast schon am Ende, ne? Dann, äh, setzen die Numenora Segel. Jedenfalls ein Teil mit der Königin. Und man sieht da Meriel dann an der Spitze, die dann wirklich ... Ja gut, äh, für das es keiner mitkriegen will, also dachte ich mir auswählen, da fragte mal keiner ... Ja, vielleicht erst mal nicht, jetzt inzwischen wissen sie es vielleicht, keine Ahnung. Ja, oder ... Als bis wir da sind und jetzt wissen sie es, keine Ahnung. Ja, aber da gibt man sich doch Mühe, das Geheim zu halten. Ich meine, die läuft da offen mit einem Tuch rum. Nein, ich meine halt, bis wir, bis wir im Lager sind und dann haben sie es ja garantiert irgendwie spitz gekriegt, wenn alle auf einem Haufen sind. Sonst hätten sie sie ja jetzt nicht die Augenbinde und so. Oder halt einfach nur, ja, vielleicht jetzt gerade verletzt, keine Ahnung. Naja, die ist, die ist stolz. Aber vielleicht wollten sie, ja, sie wollten es halt auch, sie wollten halt diesen Shot inszenieren, wie sie da steht. Ähm, auf jeden Fall steht dann Galadriel, glaub ich, oben auf dem Hang und sieht der nach und ist sich sicher, dass die ihr Versprechen halten wird. Obwohl Bronwyn eher daran zweifelt. Und Argon, die und Bronwyn, äh, die ja jetzt irgendwie mit Theo so eine Art Patchwork-Familie bilden, die wollen irgendwie Tapetenwechsel und ganz woanders hin. Nämlich nach Pelagir. Pelagir im Anduin. Das ist das, wo ... Und das, da bin ich auch hellhörig geworden. Ich dachte, Moment, das kenn ich woher. Und ja, die Rückkehr des Königs im Buch, das ist der, das ist eben im Prinzip dort, wo, ich glaube, Argon, und dann letztendlich die Cousin-Schiffe erwartet hat. Genau, richtig. Und dorthin sind ihm die Toten gefolgt. Und der Haken hier leider ist jetzt, weil, äh, sie sagen dann irgendwie, also sie sagen gar nicht mal, es ist ein Hafen, sondern es ist irgendwie eine alte, numenorische Siedlung. Und dann dachte ich mir jetzt so, was für eine numenorische Siedlung, die waren doch angeblich noch nie in Mittelerde. Doch, die haben doch früher Handel getrieben und so. Und dann irgendwann wurden die Schiffe abgewiesen und so. Also, das ging das Brot auf Gegenseitigkeit. Und da ist klar, dass da irgendwann ein Außenposten errichtet wurde. Weil ich nachgesehen hatte, dass, äh, weil es, das, also es wird ja explizit gesagt, dass es zu Gondor gehört. Und Gondor existiert ja hier noch nicht. Äh, und Pelagier wurde, glaube ich, irgendwann, warte mal, ich hab hier sogar, da im Jahr 2350 des Zweiten Zeitalters wurde es gegründet. Und das haben wir hier nie und nimmer. Das ist ja hier der Beginn des Zweiten Zeitalters. Aber, ja gut, da merkst du halt wieder, du weißt nicht wirklich, wann das hier spielt. Und ich weiß auch nicht, warum sie, warum sie das gemacht haben. Weil das erste Zeitalter, das haben sie irgendwie damit überskippt, dass Galadriel, äh, gefühlte, äh, tausend Jahre oder noch mehr auf der Suche nach Sauron war. Und, und, dann hätten sie ja irgendwie sagen, also sie hätten ja irgendwie einen Zeitsprung zum Ende des Zweiten Zeitalters machen können. Dann würde es auch Sinn machen, dass diese ganzen Figuren ja auftauchen und dass dann am Ende des Zeitalters die Ringe geschmiedet werden. Das, das ist irgendwie alles total diffus an der Stelle. Und, und dadurch, also, weißt du, dann, dann würde sich das auch nicht so merkwürdig komprimiert anfühlen. Ich meine, sie haben mir Figuren wirklich über 3000 Jahre vorgezogen. Dann, dann könnte man vielleicht sogar auch drüber reden mit den Haarfüßen, weil, weiß ich nicht, Ende des Zweiten Zeitalters könnte man die dann vielleicht schon auftreten lassen. Aber das ist halt wirklich alles so, da, da haben sie sich irgendwie selber ein Bein gestellt. Oder wie siehst du das? Ja, ist mir egal. Ja, weil er es ja auch schon mal meint ist, dass halt irgendwie mit hier Isildur Elendil, dass sie halt alle viel zu früh kommen. Also sie wollen da hin. Genau, sie, sie wollen da hin. Sie wollen ein neues Leben anfangen, was weiß ich, weil es da irgendwie alles unberührt ist. Und Galadriel will auch wohin, nämlich zu Gil-Galat, der ja wahrscheinlich nicht mehr lange hoher König ist, wie ja schon Elrond sagte. Sie will sich dann jetzt irgendwie da der Verantwortung stellen, weil, ja, Gil-Galat hat ja keine Ahnung, dass sie überhaupt noch in Mittelerde ist oder wieder in Mittelerde ist. Äh, und dann rutscht er irgendwie raus, dass das halt der König ist und dann fragt so Bronwyn, ja, was ist denn mit dem König der Südlande? Galadriel dann so, hm, König der Südlande? Und ja, 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 Hallbrand lebt natürlich auch noch. Wer hätte es gedacht? Der ist dann irgendwie, glaube ich, verwundet in einem Zelt oder so, ne? Hm. Und, äh, weiß ich nicht, da hieß es dann irgendwie, ja, äh, hier Südländer haben ihn an der Straße gefunden mit einer Wunde und Galadriel, äh, beschließt dann aber, ja, äh, er braucht elbische Arznei und, äh, will dann irgendwie mit ihm aufbrechen. Da ist jetzt halt die Frage, und da können wir vielleicht nochmal generell zu Hallbrand kommen, der ja in der Folge irgendwie gar nicht wirklich auftaucht, bis auf das hier. Es gibt ja, also, wir beide, wir haben ja eigentlich die Theorien, dass Hallbrand Sauron ist, immer wieder verschrien. Aber ich muss sagen, wenn man jetzt so gewisse Sachen sich mal durch den Kopf gehen lässt, deutet doch schon ziemlich viel in seine Richtung, ne? Wie warst du denn? Naja, so gewisse Äußerungen von ihm, äh, am Anfang von wegen der Schein kann manchmal trüben. Wer seid ihr? Kommt drauf an, wen ihr fragt. Dann, dass er sich vielleicht dieses Siegel doch gestohlen haben könnte. Außerdem hier mit der Wunde, man weiß ja nicht, äh, wie er sich die zugezogen hat. Die kann er sich theoretisch selber zugefügt haben, um dann gefunden zu werden und zu wissen, dass er dann zu den Elben gebracht werden muss. Und überleg mal, äh, wo wird Galadriel jetzt wohl mit ihm hingehen? Und wo würde Sauron hingehen, wenn er die Elben umgarnen will? Und außerdem ja auch die Sache, wenn ich für Rache nehme an dem Arda, mit dem halt im Prinzip hier, dafür, dass du mich fast getötet hast. Ja. Und dass er ihn nicht kannte, beziehungsweise Arda kannte ihn nicht, aber er kannte Arda. Und Arda behauptete ja, er hätte Sauron getötet. Es kann ja sein, dass er Sauron getötet hat und dass er dann möglicherweise die Gestalt angenommen hat von Hallbrand. Und ist das so eine Art von Voldemort-Situation, wo er sich an andere Körper heftet und, oder die er so einnimmt? Als Wirt, genau. Das, äh, der kann ja wirklich irgendein südlangen Dude gewesen sein, ne? Und vor allem, was auch dann doch reinpasst, was wir ja erst so harsch weg erklärt hatten, dass Hallbrand, also wir hatten uns ja gefragt, warum der irgendwie da mit einem Floß im Nirgendwo da unterwegs ist. Aber A, er hat alle möglichen Gefährten da auf dem Floß geopfert, um sein Überleben zu sichern. Und B, es ist tatsächlich so, dass Sauron nach dem Fall Morgoths eigentlich erst nach Mittelerde zurückkehren und die Vala um Verzeihung bitten will. Das hatte ja Arda auch erwähnt, dass Sauron tatsächlich, äh, nachdem ja hier Beleriand vor allem zerstört war und im Meer versank, nach dem ersten Zeitalter und dem Sieg über Morgoth, dass Sauron dort tatsächlich erst die Ambition hatte, die Welt erst wieder aufzubauen. Und dass er dann doch aber wieder in sozusagen alte Gewohnheiten verfallen ist. Das heißt, Sauron ist auch nicht durch und durch böse. Der Einzige, der wirklich durch und durch böse ist, ist wohl wirklich Morgoth. Und Sauron wurde ja von dem korrumpiert sozusagen. Und ja, unter dem Gesichtspunkt würde es schon, also unter all diesen Gesichtspunkten würde es Sinn machen, dass er doch Sauron ist, ne? Hm, na, mal sehen. Ich warte einfach ab, weil irgendwann werden sie enthüllen, wer es ist. Und ja, die haben einen Plan und ich bin gespannt, wohin es führt. Das bringt halt jetzt nichts. Auch noch ein Hinweis darauf, ich hatte ja schon, in der ganzen Folge wurde ja auch schon Aule erwähnt. Und Aule ist ja der Schmied unter den Dings gewesen, unter den Valar. Oder ist der Schmied unter den Valar. Und Sauron ist ja sein Schüler. Das heißt, er ist eventuell auch affin mit Schmiedekunst und Schaffensprozess, ne? Das passt also alles rein. Jedenfalls, er braucht elbische Arznei und er ist aber doch irgendwie störrisch, weil er will sich da nicht geschlagen geben. Also von wegen, es ist nicht vorbei. Er will sein gerade eben gewonnenes Königreich nicht aufgeben. Und ja, dann ist er aber anscheinend doch fit genug, um zu reiten. Das war auch wieder so Plot-Convenience. Aber naja, er tritt dann, glaube ich, mit Galadriel raus. Man merkt schon, dass er schon irgendwie einen Eindruck auf die Bewohner gemacht hat, ne? Also als er dann irgendwie durchschreitet, also die Bilder irgendwie eine Gasse und manche verbeugen sich dann vor ihm und rufen dann auch noch irgendwie, Kraft dem König, ne? Und er und Galadriel besteigen dann ihre Pferde. Er kann ja anscheinend jetzt plötzlich wieder reiten. Und zum Abschied schenkt dann Galadriel Theo die Klinge, also das Schwert, und nennt ihn Krieger und sie Herrführerin. Und das ist so ein Moment, der wirkte auf mich überhaupt nicht verdient, tatsächlich. Er soll einfach, es spricht ihm Mut zu. Ja, aber es ist so, warum, wofür nennt sie ihn jetzt Krieger? Er ist einfach halt, ey Mensch, du hast deine Heimat verloren, aber weißt du, du lebst, du hast auch gekämpft dort vor Ort und du hast, du schaffst das. Ja, ich weiß nicht, mir kam das, also ich meine, die haben sich halt erst in dieser Folge kennengelernt, haben vielleicht zwei, drei Szenen zusammen gehabt. Auch vor allem keine, keine Kampfszenen oder sonst was, das wirkte für mich nicht verdient an der Stelle. Naja, jedenfalls reiten sie dann davon, irgendwie, weiß ich nicht, er und dann alle anderen rufen da irgendwie Kraft den Südlanden und Halbrand und Galadriel reiten davon zu ziemlich bombastischer Musik. Ist auch toll gefilmt, das muss man sagen, wie die davon reiten. Das hatte wirklich hartes Herr-der-Ringe-Feeling, fand ich. Ja, und dann sind wir auch fast schon am Ende der Folge. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Szene zwischen Durin und Tisa, ne? Mhm, genau, die sitzen da und ... Ja, der gefühlte Tausendste, es ist alles meine Schuld, nein, es ist nicht alles deine Schuld, Dialog. Also, von wegen Disa, also Durin ist ja immer noch total down, weil von wegen, ich habe Elrond enttäuscht und Disa meinte, nein, dein Vater ist entschuldet, weil der ist so verstockt und alt und blind geworden. Und er will nicht wahrhaben, aber es wird irgendwann so sein, dass du auf dem Thron sitzt und wir beide werden dann hier herrschen und das Mithri wird uns gehören. Ich muss sagen, das war schon so ein bisschen, also ich mag Disa wirklich gerne, aber das war schon so ein bisschen so eine Albachs-Fantasie. Ja, es war so ein bisschen, klingt so ein bisschen eigennützig. Ja, also, fast schon nach einer, weiß ich nicht, nicht, dass sie noch irgendwie Intrigen spinnen will oder so. Ähm, währenddessen sehen wir dann, dass der König, äh, die, also Durin der Dritte, dass der diese Ader schließen lässt und wirft dann in die Grube, die sie da ja geöffnet haben oder auf jeden Fall diesen, diesen Spalt im Fels, wirft er dieses Blatt in die Tiefe, das gleitet davon. Und da war ich erst mal überlegen, was kommt denn jetzt? Hast du, hast du es kommen sehen? Ja. Okay, man muss ja sagen, Kudos an dich, du hattest recht. Es ist zwar kein Cliffhanger, ja, ja gut, für den Handlungsstrang ist es hier irgendwie schon ein Cliffhanger, aber es ist nicht in der letzten Folge. Nee. Bei Rock in der Grube saß und schlief. Genau. Ja, es klingt ein bisschen süß für, äh, für so eine Kreatur. Jedenfalls, dieses Blatt, äh, fällt, äh, irgendwie, äh, tief, tief und tief dann auf den Boden. Dann hören wir ein Brüllen, das Blatt geht in Flammen auf und was sehen wir? Durins Fluch. Beziehungsweise der Balrog, mit dem sich, ja, Gandalf angelegt hat auf der Brücke. Und der, äh, schon ewig in Moria ist. Und, äh, Balrog sind ja, ich weiß gar nicht, ob dir das bekannt ist, Balrog sind ja tatsächlich auch Maya, ne? Mhm. Also korrumpierte Maya von Morgoth. Ich muss da sagen, ich würde ja zu gern mal sehen, wie im ersten Zeitalter irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine kleine Armee von Balrogs kämpft. Das hab ich mir immer so vorgestellt, weil ich, das ist irgendwie komisch, das, das, das fühlt sich komisch an. Ja. Man sieht ja mindestens ein oder zwei dort am Anfang der Staffel. Ja, ja. Schlacht im Hintergrund, aber, äh, ja, ich hab mir das immer seltsam vorgestellt, weil ich mir denke, meine Fresse, so eine ganze Gruppe oder Armee von denen. Ja, vor allem die sind halt, die Balrogs, die sind halt so imposant. Da reicht auch schon eine aus eigentlich, ne? Man muss auch sagen, der hier ist schon, der ist schon gut animiert. Also, der sieht nicht aus wie aus einem Videospiel. Der gab's ja auch schon zu sehen, ne? Hier Shadow of Mordor und so. Zocke ich übrigens im Moment. Ähm, und, ja, komm ich, komm ich nicht so gut rein, ehrlich gesagt. Aber gab's für Umme. Und, äh, irgendwie war ich dann doch neugierig, also Mordor und so, ne? Macht dann Spaß zu spielen. Ja, auf jeden Fall, nee, ist, ist, äh, es ist ein Versprechen, sagen wir's mal so. Ich hoffe, sie halten es ein, aber es ist schon, ja, so ein Balrog ist schon, ist schon imposant. Also. Ja, ich wünsch's halt nur, wir würden ihn hier jetzt schon sehen. Ja, vielleicht hätten sie noch ein bisschen subtiler andeuten können, ne? Ja, ja, das ist ja einfach sehr, das ist, ich meine, es war im Trailer, der Shot, aber halt, das ist ja wirklich ein Trailer-Shot. Ja, vor allem, wer weiß, ob das hier überhaupt noch, also, wer weiß, kommt es in der Staffel noch zum Tragen mit dem Balrog? Was meinst du? Ich hoffe nicht. Ich hoffe halt, die warten haben wir noch ein bisschen mehr und das hier ist jetzt einfach so, oh, ich bin wach, aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Vielleicht lege ich mich noch mal hin und warte. Ja. Ja, aber ich wünschte, das hätte man es umso subtiler eigentlich noch lieber ankündigen sollen, weil, weil so früh können die das nicht. Ich, das, das sollte alles später sein. Ja. Einfach dramaturgisch ergibt es mehr Sinn, wenn wir sowas Heftiges, wenn sowas eher ein bisschen später ist. Mhm. Weil wir gerade erst Katzadum ja wirklich kennengelernt haben als dieses Thriving-City-Dings und so. Nehmt euch, nehmt uns das nicht schon so früh weg. Tja, so wirklich was, also klar, wir haben zwar eindrucksvolle Aufnahmen, aber so wirklich erkundet haben wir Katzadum eigentlich auch nicht, ne? Also, da haben wir so gesehen, sehen wir eigentlich in den Ruinen, in die Gefährten mehr davon als hier. Äh, ja, aber, äh, oh, subtil ist ein schönes Stichwort. Ah. Denn, äh, wir kommen zur Schlussszene. Oh, da bist du schon am Stöhnen, wow. Mhm. Ach, das hätte eigentlich ein toller Moment werden können. Äh, wir sehen nämlich noch mal ganz kurz Ada, der tatsächlich noch lebt. Warum auch immer. Ne, ich meine halt, wir haben ja gesehen, dass er da weg ist, also halt irgendwo hat er sich versteckt, wir wissen noch nicht wie. Ja, ja, es wird auch nicht aufgeklärt. Es ist einfach, es ist Plot-Convenience. Auf jeden Fall ist er da umringt irgendwie von seinen Orks. Äh, da ist ja auch wirklich, äh, also die sind ja wirklich da dann verblieben in dem Land und das ist ja, also da, da geht's ne riesen, ne, 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 ne Riesen-Asche-Wolke immer noch vom Orodruin aus. Und er sagt dann jetzt den Orks, ja, hier schmeißt eure Sonnenmäntel und Helme weg, wir brauchen das nicht mehr, das hier ist unsere neue Heimat. Und wer auch noch lebt, ist Waldreck. Warum auch immer. Wie hat der denn bitte schön die Sprengung dieses Dams überlebt? Naja, ich meine, der stand da halbwegs, das ist ja alles nur so da unten gewesen, also halt, der kann da durchaus irgendwie weggegangen sein. Dann ist er ganz alleine da rumgelaufen ohne irgendwas, naja. Waldreck ruft dann jedenfalls Ada als König der Südlande aus und die Orks stimmen ein und Ada schmeckt der Name aber nicht so wirklich, weil die Südlande, der Ort existiert ja nicht mehr wirklich. Und dann fragt den Waldreck, ja, großer Vater, wie sollen wir es denn jetzt nennen? Und dann, äh, sagen wir mal so, Ada hat sich, hat ja bekanntlich mit, äh, Galadriel gesprochen und die nannte ja, äh, in Anlehnung an die Bücher, aber sie durften den Namen nicht verwenden, weil der aus dem Semarillion stammt, äh, deshalb haben sie hier für die Orks oder für die ersten Orks wie Ada haben sie, äh, bei Galadriel das Wort Moriondor, äh, etabliert in der letzten Folge. Und man ahnt es schon vom Namen her, denn wir sehen halt einen Shot irgendwie über die Südlande, die auch nochmal freundlicherweise per Texteinblendung als die Südlande ausgewiesen werden, weil wir wissen ja absolut nicht, wo wir hier sind. Dann löst sich diese Schrift auf und es steht Mordor da. Äh, ja, und, äh, ich muss leider sagen, das fand ich ziemlich peinlich. Das ist sehr peinlich, das ist wie ein, das, das wirkt wie absolut Eleventh-Hour-Entscheidung. Halt für die ganz Dummen fügen wir den Text ein. Ja. Äh, das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil das Ding ist halt wirklich, der Anblick sagt alles. Ich meine, für die Kundigen sagt er alles. Ja, ja. Und ich meine, ja klar, es gibt Newcomer, aber halt die können garantiert noch warten, bis dann der Name irgendwie organisch enthüllt wird. Ja, vor allem, also man, man hätte es halt auf so viele Weisen lösen können. Am besten wäre es gewesen, wenn Ada es einfach ausgesprochen hätte. Ja, das, so sieht es halt. Das wäre völlig, völlig, das wäre auch alles andere als subtil gewesen, aber effektiv. Dann hätte man auch einfach nur Mordor einblenden können, das wäre auch noch okay gewesen. Aber dass man ernsthaft, dass wie so eine, wie so eine Fackelübergabe erst einblendet die Südlande und das dann auflöst zu Mordor. Ey, wirklich, also für wie blöd halten die einen eigentlich? Hm, ja. Ja, also wirklich. Wer weiß, wessen Entscheidung das war. Also Mordor hätte ich noch durchgehen lassen, aber wirklich, da merkst du halt wirklich, die trauen dem Zuschauer nichts zu. Oder ihnen eine bestimmte Person jedenfalls. Ja, aber da, also für mich scheint da auch wieder durch ein Hinblick auf Zuschauer, dass sie nicht wirklich wissen, wen sie hier ansprechen wollen. Weil jetzt mal ehrlich, zwei Drittel des Publikums haben die Jackson-Filme gesehen. Mindestens zwei Drittel. Ja, ich weiß halt wirklich auch nicht genau, wessen, ich weiß nicht, irgendein dämlicher Executive, der dann halt ... Ja, ja, ach, also wirklich, das war, vor allem, das hätte so ein toller Moment werden können. Und wie gesagt, Mordor einblenden ist okay, weil man diesen Namen etablieren muss für Leute, die es nicht kennen. Aber dass man halt zweimal den Schriftzug haben muss, das ist wirklich, das tut mir leid, das ist komplett lächerlich. Wirklich. Und am besten wäre es gewesen, man hätte Arda einfach hier Name-Dropping oder was, und hier hätte es auch Sinn gemacht. Aber boah, nee, das war echt so ein ... Das war cringe, wirklich. Ja. Und damit endet die Folge, wir haben einen schönen Shot über Mordor. Schön liegt im Auge des Betrachters, aber um Augen geht's ja auch in dieser Folge. Ja, und Abspann, der gefühlte sieben Minuten wieder geht, inklusive Synchronsprechertafeln. Und nächste Woche, ja, steht schon das große Finale an. Danach, ja, nach dem Finale heißt es dann, ich weiß nicht, die Macher haben's ja im Interview jetzt irgendwie gedroppt mit dem Hollywood Reporter, dass ... Also, sie haben zumindest gesprochen von Jahren. Also, ich gehe aus von mindestens zwei Jahren, die jetzt dazwischen sein werden. Das wird ähnlich sein wie bei Westworld. Hm. Aber bevor wir dazu kommen, ziehen wir vielleicht mal ein Fazit zu dieser Folge. Magst du mal anfangen? Ja, kannst versuchen. Ja, war okay halt. Also, das ist halt die, wo ich halt, wenn ich halt die wiedergucke, die Serie, das ist halt die Folge, wo ich mich dann eher nicht dann drauf freue. Weil ich dann denke, ach, Mensch, und hier sind alle traurig und hier wird alles hässlich. Und es passieren halt Sachen, aber es ist halt sehr mournful. Und alle verstehen sich nicht gut und so. Und das ist halt alles in Moria hat mir wieder am besten gefallen, weil da halt Dialog und Drama so am höchsten und am stärksten sind. Und natürlich mag die Sache mit den Halblingen, weil ich die halt als Charaktere mag oder Haarfüße halt. Und halt, weil da, wie gesagt, die Szene mit den, mit diesen Frauen dort ist sehr creepy und die haben eine tolle Ausstrahlung. Aber ich mag's halt auch nicht, wenn die da leiden. Aber halt, na ja, mal sehen, wie das dann da noch mit denen weitergeht. Aber ja, alles hier dann halt in dem, was dann als Mordor bekannt ist und so, es schlägt halt sehr aufs Gemüt visuell. Also es ist alles wieder toll, es ist musikalisch toll. Und die SchauspielerInnen sind alle gut. Aber ich, na ja, es ist halt eine ziemliche Diebriefolge. Und das ist halt, also das schlägt mir dann natürlich ein bisschen aufs Gemüt. Und, aber na ja, es ist, tut halt, lässt wieder alles ein bisschen zur Ruhe kommen. Hier und dort packt's wieder ein paar Sachen aus, wo ich denke, ey, aber mal sehen, wo's noch hinführt. Ja, dann kann ich noch meine 5 Cent kurz dazugeben. Für mich war das womöglich mit die schwächste Folge überhaupt. Das ist eigentlich nur, also klar, eine Aftermath-Folge, da spricht nichts gegen. Aber die hatte für mich absolut kein Gewicht, was zumindest die relevanten Figuren angeht. Die Inszenierung war an manchen Stellen toll, vor allem so die ersten 5 Minuten. Das war wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Und auch so andere Stellen. Aber ansonsten, ich muss sagen, also das war wirklich, also das war, glaube ich, auch mit die längste Folge. Die ging 71 Minuten. Und so hat sie sich für mich auch angefühlt. Also ich muss sagen, ich meide diese Phrase, aber ich fand die wirklich über weite Strecken fast schon langweilig. Ja, es ist ein bisschen, ja, länger. Es passiert irgendwie nichts großartig. Gut, es ist, wie gesagt, Aftermath. Aber auch die Dialoge, die sie führen, gefühlt sind das an allen möglichen Stellen immer dieselben. Und mein Gott, ey, also wirklich null Konsequenz einfach für die Figuren. Das ist wirklich, das, ich weiß nicht, also wie gesagt, wenn da noch irgendwie der verschollene Hund von Theo aufgetaucht wäre, da hätte ich bald gedacht, ich sitze in einer Parodie. Das, nee, also das hat mich überhaupt nicht erreicht. Und ja, so, weiß ich nicht, hier mit den Asketen da und so, das fand ich noch ganz gut. Aber, ach, es ist irgendwie alles so, manche, es ist echt so bläh. Und auch hier das mit dem Fremden, ich muss sagen, das ist so langsam echt, also, angenommen, sie ziehen das jetzt noch bis in die zweite Staffel, dann verliere ich da wirklich komplett das Interesse dran, weil sie ziehen es wirklich wie Kaugummi. Und auch irgendwie mit immer gefühlt der gleichen Szenenkonstellation. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, von der Schreibe ja auch teilweise widersprüchlich zu dem, was vorher war. Jetzt auch ungeachtet dieser Situation. Also, das Einzige, was ich mir halt noch da rausziehen kann, ist halt die Inszenierung. Da macht Charlotte Brandström einen guten Job. Aber ansonsten ist das Drehbuch wirklich, weiß ich nicht, schon teilweise unterer Durchschnitt für mich. Also, so ein paar Szenen gab es, also hier mit der Blindheit von Miriel, aber, ach ja, ob das jetzt noch irgendwie die große Relevanz haben wird, abwarten. Vielleicht ist es auch eher symbolisch zu lesen oder ganz symbolisch lesen. Aber unterm Strich war es für mich neben der ersten womöglich wirklich mit die schwächste Folge. Ich weiß nicht, also, wenn ich jetzt ein Rewatch mache, also, ich würde die jetzt nicht skippen oder so, aber da würde ich mir echt denken, boah, jetzt komm, wirklich. Also, ich meine, die sechste Folge, da ist zumindest mal irgendwas passiert, was sich zumindest halbwegs relevant angefühlt hat. Auch wenn für mich keine so richtige Spannung drin war, da war ja auch schon, aber die Plot-Armer jetzt dann in Überleitung zu dieser Folge, die sucht ja echt ihresgleichen. Also, das ist wirklich, da kann sich ja selbst noch die letzte Staffel Game of Thrones hinter verstecken. Aber, ja, wir werden sehen, wo es hinführt. Nächste Woche dann natürlich hier nochmal ein Ort und Stelle. Ging jetzt echt verdammt schnell rum einfach, oder? Es suppt echt wirklich so weg. Ja, ist schon erschreckend. Ich meine, ich werde mich noch für eine Weile beschäftigen mit dem Soundtrack dann für den Blog und dann noch später noch für die Zeitschrift. Und da habe ich auch den Gig für gekriegt, dass ich dann auch für Cinema Musiker schreibe ich auch den Beitrag dann dafür. Können wir ja gerne hier dann mal verlinken. Ja, es ist ja eine Zeitschrift tatsächlich. Das wird nicht auf einer Website sein. Aber dann, wenn mein Blog-Beitrag fertig ist, das geht natürlich. Okay, alles klar. Ja, was wir noch sagen können, wir werden dann wahrscheinlich, also nächste Woche ist hier ganz normal Recap. Recap, darauf könnt ihr euch dann nochmal freuen. Und ansonsten, es wird wahrscheinlich noch ein Staffel-Recap geben, wo wir dann vielleicht auch nochmal Gäste haben. Oder wo dann eventuell ich nur dabei bin, der lasse nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Auf jeden Fall, ich muss gestehen, die Podcasts machen mir momentan mehr Spaß, als die Serie zu gucken. Aber es ist trotzdem immer wieder ein interessanter Meinungsaustausch und ich freue mich trotzdem, was das angeht, auf nächste Woche. Ich hoffe, dass sie hier zumindest ein Finale präsentieren, was jetzt so halbwegs wieder die Kurve kriegt. Und dann auch mal einige dieser Mysterien, die so langsam mal sicher J.J. Abrams' Mystery-Box-Gefühl bekommen, dann jetzt auch endlich mal auflösen. Und möglichst auch befriedigend. Bis dahin verbleiben wir, lasse es, hat mir ungeachtet dessen sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja. Ja, es ist etwas so eine Trantüten-Folge. Ja, nicht direkt Trantüten-Folge, aber es ist halt einfach nur, mir hat sie halt nicht viel gegeben in Sachen emotional. Bis auf diese so ein, zwei Oh-Shit-Momente. Ja, mich hat sie halt mitunter kalt gelassen, entgegen des Feuers in dieser Folge. Aber gut, das haben wir jetzt weiterhin ausgeführt. Ihr könnt uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Folge auch gesehen habt, was ihr so denkt. Habt ihr vielleicht noch irgendwelche abgefahrenen Theorien zu Hallbrand, zu dem Fremden oder anderen Figuren? Wie hat euch generell die Folge gefallen? Lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns über die Kommentare, die wir dann vielleicht auch mal bei Zeiten vorlesen werden. Ansonsten lasse, vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Namadie. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.